Wolfgang Hohlbein's Raven Teil 1 Schattenreiter Es liest David Nathan Seine Hand zitterte, als er den Hörer auf die Gabel zurücklegte. Einen winzigen Moment trat ein ängstlicher Ausdruck in seine Augen. Aber dann hatte es sich wieder in der Debatte. Ein Mann in seiner Position musste sich im Griff haben, immer und überall. Aber Pauls Stimme hatte vor Angst gezittert und Jeffrey fürchtete ernsthaft, dass er durchdrehen würde. Er trat in die Liftkabine und drückte den Knopf fürs Erdgeschoss. Sein Büro lag in der 26. Etage des Gebäudes, nur noch ein Stockwerk unter der Chefetage. Normalerweise genoss er jede einzelne Sekunde der Fahrt, hinauf oder hinunter. Für ihn war diese kleine, schmucklose Kabine zu einem Symbol all dessen geworden, was er sich je erträumt hatte. Macht, Erfolg, Geld. In spätestens zwei Jahren würde er auf den obersten Knopf der Liftkabine drücken. Aber auch nur dann, wenn er Paul beruhigen konnte. Der Lift hielt an. Jeffrey drängte zwischen den aufgeleitenden Türhälften hindurch und stürmte durch die Halle. Die drei für Taxen reservierten Parkbuchten vor dem Haus waren verwaist. Jeffrey zuckte ärgerlich mit den Schultern und wandte sich nach rechts. Zwei Querstraßen weiter war eine Bushaltestelle. Das Bürogebäude lag mitten in der City von London. Dick vermummte Menschen hasteten an ihm vorüber und aus der halb offenstehenden Tür eines Spielzeugladens drang fröhliche Weihnachtsmusik. Aber Jeffrey spürte von all dem Trubel kaum etwas. Seine Gedanken kreisten um Paul. Es war erschreckend, welche Veränderung in den letzten drei Jahren mit seinem Cousin vor sich gegangen war. Aber genau betrachtet war auch Jeffrey nicht mehr der Alte. In jener unheimlichen Vollmondnacht am Chad-el-Arab war vieles geschehen. Vieles, was er sich auch heute noch nicht erklären konnte. Jeffrey spürte plötzlich, wie kalt es war. Eigentlich, dachte er verwundert, hätte er die Bushaltestelle längst erreichen müssen. Er blieb stehen, drehte sich langsam im Kreis und musterte die bunte Schaufensterfront und den fließenden Verkehr. Kein Zweifel, er hatte sich verirrt. Ein kleines, schleichendes Gefühl der Angst nistete sich in seinem Magen ein. Pauls Worte fielen ihm ein. Er ist hier, Jeff. Ich spüre es. Er vertrieb die Erinnerung mit einer ärgerlichen Kopfbewegung und hielt nach einem Taxi Ausschau. Seine Augen brannten und die grellen Lichtkreise der Scheinwerfer schienen irgendwie stechend, quälend. Er blinzelte, trat vom Straßenrand zurück und fuhr sich mit einer fahrigen Geste über die Augen. In letzter Zeit hatte er das öfter. Ein kaum merkliches Flackern, so als bewege sich etwas am Rande seines Sichtfeldes. Ein schneller, huschender Schatten, der immer sofort verschwand, wenn er genau hinsah. Er ertappte sich dabei, wie er stehen blieb und aus zusammengekniffenen Augen auf den glitzernden Verkehrsstrom hinter sich starrte. Plötzlich hatte er Angst dort, irgendetwas Bedrohliches, Schreckliches auftauchen zu sehen. Irgendwo in dem wogenden Meer aus grellen Lichtkreisen vor ihm war Bewegung. Jeffrey wich aufstöhnen zurück, als er den Umriss sah. Mit entsetzt aufgerissenen Augen wich er vom Bordstein zurück, ohne den Blick von der grauenhaften Erscheinung nehmen zu können. Es war ein Reiter. Der dunkle, massige Umriss eines Mannes auf einem Pferd, das aller Vernunft zum Trotz inmitten des fließenden Verkehrs stand. Jeffrey stieß einen dünnen, halberstickten Schrei aus, als sich die Erscheinung langsam in Bewegung setzte. Sie müssen ihn sehen, dachte er verzweifelt. Aber niemand schien die riesige, schattenhafte Gestalt wahrzunehmen. Der Reiter war jetzt ganz nah, aber Jeffrey konnte trotzdem nicht mehr als einen dunklen, substanzlosen Umriss erkennen. Das Licht der Straßenlampen und Schaufenster brach sich auf der Klinge des meterlangen Krummsäbels, den er in der rechten trug. Der Schattenreiter. Jeffreys Gedanken überschlugen sich. Paul hatte doch recht gehabt, aber die Erkenntnis kam zu spät. Der Schattenreiter stand jetzt auf armes Länge vor ihm. Langsam hob er den Säbel hoch in die Luft. Plötzlich weilte Angst in Jeffrey empor. Er wirbelte herum, als der Säbel des Unheimlichen herabsauste. Die Waffe traf wenige Fingerbreit neben seinem Kopf die Straße und schlug blitzende Funken aus dem Asphalt. Jeffrey sprang auf die Füße und warf sich gleichzeitig zur Seite, um einem weiteren Schwertstreich zu entgehen. Dann hetzte er los. Er wagte es nicht, sich umzusehen, aber er spürte den heißen Atem des Pferdes im Nacken. Eine Bewegung, die er aus den Augenwinkeln heraus sah, warnte ihn. Er warf sich im Laufen herum, prallte schmerzhaft gegen die Wand und rutschte benommen zu Boden. Der Krummsäbel des Schattenreiters schlug wenige Zentimeter über ihm gegen die Wand. Jeffrey spürte, dass der Unheimliche nur mit ihm spielte. Wenn er wirklich gewollt hätte, hätte er ihn schon mit dem ersten Streich töten können. »Das stimmt, Jeffrey.« »Du liest meine Gedanken?«, stöhnte Jeffrey. »Natürlich.« »Ich habe sie vom ersten Tag an gelesen.« »Dann, dann wusstest du, dass...« »Dass ihr mich betrügen wolltet?« »Jeder, der einen Pakt mit mir schließt, will mich betrügen. Aber es ist noch keinem gelungen.« »Was...« »Was willst du?«, stöhnte Jeffrey entsetzt. »Wir haben ein Geschäft geschlossen. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, und nun bist du an der Reihe. Du hast noch drei Tage Zeit, ehe die Frist abläuft. Drei Tage, Jeffrey. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, sind wir entweder Partner oder du stirbst.« Das Schwert schoss so schnell vor, dass Jeffrey überhaupt keine Zeit mehr hatte zu reagieren. Mit ungläubig aufgerissenen Augen sah er, wie die Spitze in seine Brust eindrang und dort verharrte. Ein grauenhafter, flammender Schmerz explodierte in seinem Körper. Dies als Warnung. Das nächste Mal ist es dein Tod. Der Dämon zog seine Waffe zurück, und der Schmerz erlosch so plötzlich, wie er gekommen war. Dann war der Spuk verschwunden. Der Maserati hielt mit abgeblendeten Scheinwerfern am linken Straßenrand. »Hier muss es sein«, sagte Raven leise. Janice nickte. »Vornehme Gegend.« Raven ließ den Zettel, auf dem er die Adresse und den Namen des Anrufers notiert hatte, in der Jackentasche verschwinden und öffnete die Tür. »Irgendwann werden wir auch in einem solchen Haus wohnen«, sagte er ohne große Überzeugung. Janice verzichtete auf eine Antwort. Vor sechs Jahren, als der hochgewachsene, schlanke junge Mann sie als einfache Sekretärin angestellt hatte, hatte sie solchen Worten noch Glauben geschenkt. Aber mittlerweile war sie seine Verlobte, und sie kannte das Geschäft, in dem sie beide arbeiteten gut genug, um zu wissen, dass solche Träume immer Träume bleiben mussten. Privatdetektive verdienten nur im Film und in Romanen viel Geld. Dieser Wagen und das Büro mit der angrenzenden Wohnung waren alles, was sie besaßen. »Sei vorsichtig«, sagte sie. »Wenn es eine krumme Tour ist, lass die Finger davon.« Raven nickte, drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Lippen und ging auf das Haus zu. Auf der Messingtafel neben der Tür standen zwei Dutzend Namen, aber es gab nur einen Klingelknopf. Direkt über dem Schild lugte das misstrauische Auge einer Videokamera aus der Wand. Raven drückte den Klingelknopf, dann hörte er ein leises Summen, und die Tür schwang wie von Geisterhand geöffnet auf. Dahinter lag eine weitläufige Halle. Kostbare Teppiche bedeckten den Boden, und direkt neben der Tür war etwas, das Raven an eine Mischung zwischen Portierloge und Computerzentrum erinnerte. Hinter der Theke saß ein grauhaariger, älterer Mann. »Sie wünschen?«, fragte er. Raven räusperte sich verlegen. »Hier wohnt doch ein gewisser Mr. Pendrose, oder?« Der Wachmann nickte knapp. »Ich war mit ihm verabredet. Kann ich hinaufgehen?« Wieder nickte der Wachmann und sagte, »Okay, vierte Etage. Stephen wird Sie begleiten.« Aus einer versteckten Nische neben dem Aufzug trat ein weiterer Uniformierter. Als der Lift in der vierten Etage anhielt, flammte automatisch die Flurbeleuchtung auf. Der Wächter trat aus dem Lift, ging über den Gang, hielt vor der letzten Tür an und drückte auf die Klingel. Ein von dunklen, wirr abstehenden Haaren eingerahmtes Gesicht erschien an der Tür. »Ja?« »Ihr Besuch?« Der Mann trat beiseite, um Raven vorbeizulassen. Die Tür wurde hinter ihm wieder ins Schloss geworfen. »Sie sind Mr. Raven?«, fragte Pendrose. Raven nickte. »Ja, Sie hatten mich bestellt?« Pendrose nickte und ging mit kleinen, hektischen Schritten an Raven vorbei. Raven betrachtete Pendrose genauer. Sein Haar war wirr und zerzaust, und seine Kleidung sah aus, als hätte er eine Woche lang darin geschlafen. »Ich will es kurz machen, Mr. Raven«, begann Pendrose nach einiger Zeit. »Ich brauche Ihren Schutz. Man will mich ermorden, und ich brauche jemanden, der mich schützt.« Raven nickte nachdenklich. »Warum wenden Sie sich nicht an die Polizei, wenn Sie glauben, dass man sie umbringen will?« »Die Polizei?« Pendrose lachte spitze auf. »Die würden mir nicht glauben, diese Ignoranten.« »Hören Sie, Raven, ich brauche Ihre Hilfe für genau drei Tage, ab morgen früh gerechnet. Wenn ich am vierten Morgen noch lebe, zahle ich Ihnen tausend Pfund auf die Hand. Wenn nicht, haben Sie Pech gehabt.« »Dann haben wir beide Pech gehabt.« Pendrose lachte humorlos. »Also, nehmen Sie den Auftrag an?« Raven überlegte einen Moment. Tausend Pfund war viel Geld für drei Tage Arbeit, und Raven konnte es verdammt gut gebrauchen. Er nickte. Pendrose atmete erleichtert auf. »Dann werde ich Ihnen die Geschichte erzählen.« Alles begann vor zwei Jahren. Ich war noch Student, Archäologie im letzten Semester. Ich und Jeffrey, mein Cousin, wir hatten uns vorgenommen, in unseren letzten Semesterferien eine ausgedehnte Orientreise zu unternehmen. Wir hatten nicht viel Geld. Wir zogen einfach los, trampten, arbeiteten unterwegs für Essen und Unterkunft und zogen weiter. Schließlich erreichten wir Griechenland, dann die Türkei, Irak. Es war eine herrliche Zeit. Bis ... Bis zu jener Nacht. Wir hatten den Tschad el Arab erreicht, den Grenzfluss zwischen Irak und Iran. Damals konnte man sich als Ausländer noch ziemlich ungefährdet dort bewegen. Wir wollten über den Fluss und nach Persien hinein, aber wir fanden keine Fähre, sodass wir gezwungen waren, unter freiem Himmel zu übernachten. Die Nächte können dort unten ekelhaft kalt werden. Also suchten wir uns eine Höhle, schlugen unser Lager auf und legten uns schlafen. Er brach ab. Auf seinem Gesicht erschien ein gequälter Ausdruck. Es war etwa gegen Mitternacht, fuhr er nach einer Pause fort, als der Alte erschien. Wir konnten sein Gesicht nicht erkennen. Er trug einen Bornus mit Kapuze. Er tauchte einfach in der Höhle auf und sprach uns an. Und er sprach ausgezeichnet Englisch. Was wollte er? Zuerst dachten wir, er wollte uns etwas verkaufen. Er zeigte uns Schmuck und alte Waffen, aber der Alte gab nichts her. Er wollte uns zeigen, wo noch mehr davon zu finden war. Sie können sich denken, dass wir nicht lange gezögert haben und mit ihm gegangen sind. »Wir folgten ihm also zu einer anderen Höhle.« Aber da waren keine Schätze, sondern eine Art Tempel. Wissen Sie, so eine alte Kultstätte mit Altären und kostbaren Wandgemälden und Teppichen. Und dann verschwand der Alte. »Verschwand, echote Raven?« Pendros nickte. »Ja, er ging nicht weg oder so. Er verschwand ganz einfach.« Wir waren plötzlich allein in diesem unterirdischen Labyrinth. Wir versuchten, den Ausgang wiederzufinden, aber wir verirrten uns hoffnungslos. Ich weiß nicht, wie lange wir durch die Gänge und Stollen geirrt sind, aber wir kamen immer wieder zum Tempel zurück. Schließlich gaben wir auf und schliefen ein, total erschöpft, wie wir waren. Schließlich weckte uns ein Geräusch. Es hörte sich an wie, wie Pferdegetrappel. Unsere Taschenlampen waren fast leer. Das Licht reichte gerade noch aus, um zu erkennen, was da auf uns zukam. Es war der Schatten eines Reiters. »Der Schatten? Wie meinen Sie das?« Pendros lächelte schmerzlich. »Ich kann es nicht besser erklären. Er schien irgendwie substanzlos. Nur ein überlebensgroßer schwarzer Schatten, der sich vor uns in der Luft abzeichnete. Er sagte, dass wir in sein Reich eingedrungen seien und dass er uns jetzt töten könnte, weil wir sein Heiligtum entweiht hatten. Aber er wollte uns eine Chance geben. Er, der Schattenreiter, schlug uns vor, uns Macht zu geben. Macht über Menschen und Dinge. Macht über den Zufall und das Glück. Sehen Sie sich hier um, Raven. Vor zwei Jahren war ich ein armer Student. Heute bin ich Millionär. Der Schattenreiter hat sein Versprechen gehalten. Alles, was ich anfasse, wird zu Geld. Aber der Preis. Die zwei Jahre, die der Pakt lief, sind fast um. Für zwei Jahre würde er uns diese Macht schenken, sagte er. Danach mussten wir bezahlen. Bezahlen? Womit? Mit Opfern, antwortete Pendross dumpf. Er verlangte Menschenopfer. In jeder Vollmondnacht ein Opfer. Raven runzelte die Stirn. Moment mal. Verstehe ich Sie richtig? Sie sollten Morde begehen, um damit zu bezahlen? So ausgedrückt, ja, gab Pendross zu. Es mussten junge Menschen sein. Und er hat uns ein Messer gegeben. Jedem eines. Die Opferungen mussten damit vollzogen werden. Er stand auf, eilte zur Bar und zog einen kunstvoll zieselierten Dolch aus der Scheide. Damit sollten wir es tun. Aber weder Geoffrey noch ich haben dem Unheimlichen seine Opfer dargebracht. Raven untersuchte die Waffe flüchtig. Was geschah weiter? Pendross schluckte nervös. Wir flogen zurück. Das Geld dazu hatten wir beim Spielen gewonnen. Was hier geschah, können Sie sich denken. Sie sagen, Geoffrey und ich wurden innerhalb von zwei Jahren wohlhabend und erfolgreich. Aber jetzt ist die Frist beinahe um. Und er ist hier, um seinen Preis zu fordern. Sie meinen, dieses Gespenst ist hier in London aufgetaucht? Pendross nickte ernsthaft. Er will uns zwingen, zu töten. Wenn wir es tun, werden wir ihm auf ewig verfallen sein. Was geschieht, wenn Sie sich weigern? fragte Raven ruhig. Dann wird er uns töten. Für endlose Sekunden starten Sie sich stumm an. Nun, fragte Pendross schließlich. Nehmen Sie an? Raven stand auf. Wann soll ich anfangen? Am liebsten jetzt gleich. Aber Sie werden sicher noch das eine oder andere benötigen, wenn Sie drei Tage lang hierbleiben müssen. Wie schnell können Sie zurück sein? Raven sah auf die Uhr. In zwei Stunden, schätze ich. Geoffrey war an diesem Abend nicht mehr ins Büro zurückgegangen. Fast eine Stunde lang war er ziellos durch die Stadt geirrt, bis ihn die Kälte schließlich in das erstbeste Lokal trieb, an dem er vorbeikam. Es war ein kleiner, lauter, einfacher Pub. Er bahnte sich einen Weg zur Theke und bestellte ein Bier. Seine Finger waren steif vor Kälte und er brach drei Streichhölzer bei dem vergeblichen Versuch ab, seine Zigarette in Brand zu setzen. Kann ich Ihnen helfen? fragte eine amüsierte Stimme neben ihm. Er schrak auf. Über dem tanzenden Gelb der Feuerzeugflamme blickten ihm zwei amüsierte Augen entgegen. Er nahm sich Feuer und betrachtete das Mädchen genauer. Ich bin ziemlich lange draußen herumgelaufen, sagte er entschuldigend. Meine Finger sind steif gefroren. Sie war noch jung, noch keine zwanzig, schlank und dunkelhaarig. Sie hätte sicherlich keine Chance bei einem Schönheitswettbewerb gehabt, aber ihr rundes, dunkles Gesicht hatte einen eigenartigen Reiz. Sie sind nicht gerade passend für dieses Wetter angezogen. Jeffrey lächelte verlegen. Nein, ich hatte eine Autopanne. Warum haben Sie sich kein Taxi gerufen? Deshalb bin ich hier. Aber zuerst mal brauche ich ein Bier, nach all der Aufregung. Trinken Sie etwas mit mir? Sie nickte. Gern. Jeffrey bestellte ein zweites Bier. Wohnen Sie hier in der Gegend? fragte er, um die Unterhaltung nicht einschlafen zu lassen. Ja, leider. Es ist keine sehr hübsche Gegend. Die Häuser sind alt und die Menschen arm. Da, wo Sie herkommen, sieht es sicher besser aus. Wie kommen Sie darauf? Ihr Anzug, entgegnete das Mädchen. Ich verkaufe Herrenbekleidung drüben im Kaufhaus. Er hat wahrscheinlich mehr gekostet, als ich in einer Woche verdiene. Jeffrey lächelte. Sie sind eine gute Beobachterin. Wie heißen Sie? Carolyn Martin. Aber meine Freunde nennen mich Carol. Und Sie? Jeff Candley. 31, bledig und ziemlich vermögend, fügte er mit einem flüchtigen Lächeln hinzu. Außerdem finde ich sie nett. Ist das so Ihre Art, fremde Männer anzureden? Carols Gesicht verfinsterte sich. Sie griff nach ihrem Bierglas, leerte es in einem Zug und bestellte ein neues. Es tut mir leid, sagte Jeffrey leise. Ich wollte Sie nicht kränken, Carol. Ich bin ein bisschen nervös, das ist alles. Nervös? fragte sie, schon wieder halbwegs versöhnt. Warum? Jeffrey zuckte mit den Schultern. Es wäre ziemlich kompliziert, Ihnen das zu erklären. Aber vielleicht... Er zögerte. Wenn Sie Lust haben, bestellen wir uns ein Taxi und unterhalten uns irgendwo weiter, wo es nicht so laut und ungemütlich ist. Carol schien einen Moment zu überlegen. Schließlich nickte sie. Wenige Minuten später waren sie unterwegs in die City. Carol saß eng an Jeffrey gekuschelt auf dem Rücksitz des Taxis. Sie konnte das entschlossene Glitzern nicht sehen, das in Jeffreys Augen flackerte. Stephen Cormans Blick wanderte gelangweilt über die peinlich sauberen Mahagoni-Flanken der Theke, hinter der er jeden Tag acht Stunden lang saß und über die Sicherheit der Mieter hier im Haus wachte. Er seufzte unterdrückt. Es gab Tage, an denen Cormann außer den beiden Wachmännern, die in ihrem Zimmer neben dem Treppenschacht saßen, buchstäblich keine Seele zu Gesicht bekam. Ein dumpfes Pochen an der Haupttür unterbrach seine Gedanken. Cormann schreckte hoch, sah verwirrt zur Tür und dann auf den Monitor. Er konnte niemanden sehen. Aber das Klopfen wiederholte sich. Auf dem Monitor war immer noch nichts zu sehen. Cormann drückte den Alarmknopf, der die beiden anderen herbeirief, und dann ging alles unglaublich schnell. Ein ungeheurer Schlag riss die Tür aus den Angeln, schleuderte sie quer durch die Halle. Dann preschte eine gigantische, schattenhafte Gestalt herein. Cormann schrie ungläubig auf, als er den Reiter sah. Seine Hand fuhr automatisch an den Gürtel und zog den 38er, aber er kam nicht dazu, die Bewegung zu Ende zu führen. Der Reiter riss sein Tier im Sprung herum. Sein Säbel führte eine blitzschnelle Bewegung aus, schnitt klirrend und berstend durch das schusssichere Glas vor Kormann und bohrte sich in seine Brust. Der Wachmann war schon tot, bevor sein Körper auf den Boden aufschlug. Die grauenhafte Erscheinung raste weiter. Sein Säbel fuhr krachend durch Bildschirme und Schalltafeln und verwandelte das Computerpult in Sekunden in einen rauchenden Trümmerhaufen. Ein Schuss peitschte durch das Knattern der Kurzschlüsse. Die Gestalt riss ihr Pferd herum und galoppierte mit gezücktem Schwert auf die neuen Gegner los. Die beiden Wachmänner standen im Hintergrund der Halle und feuerten. Die großkalibrigen Kugeln der Waffen hätten auf diese Entfernung gereicht, um selbst einen Elefanten zu töten. Aber der Reiter galoppierte weiter, als wäre nichts geschehen. Das Schwert des Unheimlichen sauste herunter und einer der Männer ging mit einem Aufschrei zu Boden. Der zweite Wächter zielte kurz und drückte ab. Die Kugel schlug mit metallischem Geräusch auf die Waffe des Schattenreiters und riss sie ihm aus der Hand. Der Unheimliche stieß einen wütenden Schrei aus und schwang sich mit einer kraftvollen Bewegung aus dem Sattel. Mit einem verzweifelten Satz warf sich der Wächter herum und griff nach dem Säbel des Unheimlichen. Seine Hand krampfte sich um das kühle Metall des Griffes. Er kam mühsam auf die Füße und schlug nach dem Angreifer. Die Spitze des Säbels drang millimeterweit in den wallenden Nebel ein und der Unheimliche prallte mit einem wütenden Aufschrei zurück. In dem dunklen Nebel erschien eine rote, pulsierende Spur. Der Wachmann blickte verblüfft auf den Schattenreiter, der zurückgewichen war und die Hände vor der Brust verkrampfte. Und dann beging er die größte Dummheit, die er in dieser Situation begehen konnte. Er schwang den Säbel über dem Kopf und griff den Dämon an. Der Schattenreiter zog einen schmalen, zweischneidigen Dolch aus dem Gürtel. Seine Hand vollführte eine mit bloßem Auge kaum sichtbare Bewegung. Der Dolch sauste durch die Luft und traf den Wächter in die Brust. Für Sekunden kehrte Stille in die weitläufige Halle ein. Dann ging der Schattenreiter langsam zu dem Toten hinüber, löste seinen Säbel aus dessen verkrampften Fingern und zog den Dolch aus der Brust des Toten, ehe er sein Pferd rief und sich in den Sattel schwang. Es gab jetzt nichts mehr, das ihn noch aufhalten konnte. Er würde sich sein Opfer holen. Jetzt! Sie waren bis lange nach Mitternacht in der Bar geblieben. Geoffrey hatte direkt dabei zusehen können, wie Carol an seiner Seite aufblühte. Die teure, mondäne Umgebung schien wie ein berauschendes Getränk auf sie zu wirken. Seltsamerweise begann Geoffrey, sich mit jeder Minute unwohler zu fühlen. Der Gedanke, dieses naive Wesen kaltblütig zu ermorden, bereitete ihm Übelkeit. Schließlich rief er ein Taxi und fuhr mit Carol zu sich nach Hause. Sie zeigte keine Spur von Überraschung, als Geoffrey sie aufforderte, auszusteigen. Nur in ihren Blick trat eine winzige Spur von Traurigkeit. Du wohnst hier? fragte sie, als der Wagen abgefahren war. Er nickte und hielt ihr die Tür auf. Die weitläufige Eingangshalle lag im Dunkeln. Gefällt es dir? Ja, man sieht nur nicht viel. Geoffrey drückte den Rufknopf des Lifts. Mein Apartment wird dir gefallen. Dort gibt es Licht. Und ein Schlafzimmer, vermute ich, sagte Carol. Ihre Stimme klang kalt. Der Lift kam und sie betraten die Kabine. Geoffrey lächelte. Ich weiß, was du denkst. Du glaubst, ich habe meinen Spaß gehabt und jetzt kommt die Rechnung. Stimmt's? Der Ausdruck in ihrem Gesicht sagte ihm, dass er ins Schwarze getroffen hatte. Der Lift hielt mit sanftem Ruck an und sie stiegen aus. Carols Augen rundeten sich vor Überraschung, als sie in die Diele traten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Lift direkt in die Wohnung. Geoffrey lächelte flüchtig. Das ist das Penthouse, Liebes. Und außer mir und meinen Besuchern bringt diese Kabine keinen herauf. Da ist sie sehr eigen. Er führte sie ins Wohnzimmer. Möchtest du noch etwas trinken? Aber Carol antwortete nicht. Ihr Blick tastete fasziniert über die kostbare Einrichtung. Schließlich trat sie mit zögernden Schritten an das deckenhohe Fenster an der Südseite und sah auf die Stadt hinunter. Geoffrey trat hinter sie. Sag mal, gibt es jemanden, der dich vermisst? Carol schüttelte den Kopf. Keine Mutter oder Tante oder Freund? Ich lebe allein. Aber was soll dieses Verhör? Oh, ganz einfach. Wir sprachen vorhin über die Rechnung. Nun, jetzt präsentiere ich sie dir. Du wirst das gesamte Wochenende mit mir verbringen. Einverstanden? Ich denke schon, antwortete Carol unsicher. Geoffrey stand auf. Na, dann ist dir alles klar. Gehen wir schlafen. Das Gästezimmer ist dort drüben. Er zeigte ihr das Bad und ging anschließend in sein Schlafzimmer. Er warf sich aufs Bett und versuchte verzweifelt, die Tränen zurückzuhalten. Der Schattenreiter jagte sein Pferd unbarmherzig die Stufen empor. Eine dünne Spur winziger Blutströpfchen markierte den Weg, den Pferd und Reiter genommen hatten. Schließlich erreichten sie die vierte Etage. Der Reiter schwang sich aus dem Sattel, zog seinen Krummsäbel aus dem Gürtel und schlug auf die Tür ein. Sie zerbarst bereits unter dem ersten Hieb. Langsam ging der Schattenreiter in das Apartment. Paul Pendrose hatte sich hinter der Bar verschanzt. »Komm nicht näher!« kreischte er. »Das Schwert ist aus Silber!« Der Dämon lachte. »Silber! Von Menschen bearbeitetes Metall!« »Nichts, was Menschenhandschuf, kann mich verletzen, Paul.« »Und nun komm! Wehr dich!« Der Unheimliche hob seinen Säbel und drang auf den Menschen ein. Paul wurde von der Wucht des Angriffs quer durch den Raum geschleudert. Der Schattenreiter setzte sofort nach, aber es gelang Paul immer wieder, seine Klinge zwischen sich und den niedersausenden Krummsäbel zu bringen. Schließlich legte Paul alle Kraft in einen letzten Schlag und hieb nach dem Schwertgriff des Unheimlichen. Schmerz schoss wie glühende Lava bis in seinen Rücken hinunter und die Waffe fiel polternd zu Boden. Aber auch der Schattenreiter war entwaffnet. »Bravo!« sagte der Schattenreiter leise. »Für einen Menschen hast du sehr gut gekämpft. Aber jetzt hat der Spaß ein Ende. Sterb!« Seine Hände fuhren vor, legten sich um Pauls Hals und rückten zu. Vor dem Haus parkte ein halbes Dutzend Streifenwagen mit rotierenden Blaulichtern und eine dichte Menschentraube umgab die Absperrkette, die die Polizeibeamten vorsorglich gebildet hatten. Raven boxte sich mit mehr oder weniger sanfter Gewalt durch die Menge, bis er schließlich die Kette der Polizisten erreicht hatte. »Ich muss da rein«, sagte er zu einem der Beamten. »Ich muss zu meinem Klienten, Mr. Pendrose. Er wohnt in diesem Gebäude.« Der Mann überlegte und forderte Raven schließlich mit einer knappen Geste auf, ihm zu folgen. Sie betraten die Halle und Raven sog unwillkürlich die Luft ein, als er das grausige Bild sah. Der Raum sah aus, als wäre Genghis Khan mit seinen Horden hindurchgezogen. »Überall lagen Trümmer und zerborstene Überreste der ehemaligen Einrichtung. Und zwischen den Trümmern drei in weiße Tücher gehüllte Körper.« »Warten Sie hier«, sagte der Polizist, der ihn hineinbegleitet hatte. »Ich hole Inspektor Card.« Raven beugte sich über die zerfetzten Metallplatten und schüttelte den Kopf. »Erstaunlich, nicht?« sagte eine Stimme hinter ihm. Raven fuhr herum. Der Polizeibeamte war zurück und in seiner Begleitung befand sich ein kleiner, glatzköpfiger Mann. Inspektor Card wog sicherlich mehr als zwei Zentner, aber im Gegensatz zu den meisten Dicken wirkte er ganz und gar nicht gemütlich. Der Blick, mit dem er Raven musterte, war abweisend, beinahe feindlich. Raven lächelte besänftigend. Jedenfalls versuchte er es. »Mein Name ist Raven.« Er zog eine Visitenkarte hervor und reichte sie, Card. »Und ich bin Privatdetektiv. Einer meiner Klienten wohnt hier in diesem Gebäude und ich muss unbedingt zu ihm.« Card drehte die Visitenkarte unschlüssig in der Hand. »Wie heißt Ihr Klient?« »Pendrose. Er wohnt im vierten Stock.« Card überlegte einen Moment, musterte Raven und drehte sich schließlich mit einem Ruck um. »Kommen Sie, Mr. Raven. Ich bringe Sie zu Ihrem Klienten.« »Ist denn etwas passiert?« fragte Raven hastig. »Mit Pendrose, meine ich?« Card verzichtete auf eine Antwort. Sie betraten das Apartment. Raven blieb unwillkürlich stehen. Der Raum war fast noch gründlicher zerstört als die Empfangshalle unten. »Was ist hier passiert?« fragte Raven mühsam. Card zuckte mit den Schultern. »Wissen wir genauso wenig wie Sie?« »Ein Kampf auf jeden Fall. Er muss sich wie ein Wahnsinniger gewehrt haben. Sehen Sie?« Er deutete auf einen länglichen, in durchsichtigem Plastik verpackten Gegenstand, der auf dem Tisch lag. »Hoffenbar hat er damit gekämpft.« »Ein... ein Schwert?« fragte Raven ungläubig. Card nickte und musterte Raven misstrauisch. »Vielleicht wissen Sie mehr?« sagte er lauernd. Raven schüttelte den Kopf. »Kaum. Ich habe höchstens zehn Minuten mit ihm gesprochen und...« Raven zögerte. »Ich glaube, er war nicht mehr ganz richtig im Kopf.« Auf Card's Gesicht erschien ein ungeduldiger Ausdruck. »Hören Sie mit den Spielchen auf, Raven. Dafür haben wir keine Zeit. Erzählen Sie.« »Bitte, wenn Sie darauf bestehen.« Und Raven erzählte dem Inspektor die ganze Geschichte. Als er mit seinem Bericht fertig war, nickte der Inspektor nachdenklich. »Schattenreiter, sagen Sie?« Raven lächelte unglücklich. »So nannte er es.« Card stand auf. »Kommen Sie, Raven.« Sie verließen das Apartment und traten wieder auf den Flur hinaus. »Sehen Sie sich den Teppich an.« Eine breite, zertrampelte Spur führte von der Treppe zu Pendrose Apartment und wieder zurück. Aber das war's nicht, was Ravens Aufmerksamkeit erregte. Inmitten der zerschlissenen, zertrampelten Spur war der Abdruck eines Pferdehufs. Die ersten Sonnenstrahlen krochen zaghaft über den Horizont und vertrieben das Grau der Dämmerung. Jeffrey stand am Fenster, starrte auf die erwachende Stadt hinunter und versuchte an nichts zu denken. Er hatte in dieser Nacht kaum Schlaf gefunden. Seine Gedanken waren immer wieder zu dem schlafenden Mädchen im Gästezimmer nebenan zurückgekehrt. Carol. Er hatte ihren Namen tausendmal hintereinander geflüstert. Wenn die Situation nicht so grausam gewesen wäre, hätte er gelacht. Er hatte sich ausgerechnet in sein Opfer verliebt. Er wandte sich vom Fenster ab, ging mit zögernden Schritten durch das Zimmer. Der silberne Opferdolch an der Wand schien ihn höhnisch anzugrinsen. Langsam nahm er den Dolch von der Wand und zog ihn aus der Scheide. Die Klinge war etwa 15 Zentimeter lang, rasiermesserscharf und mit komplizierten, verschlungenen Mustern versehen. Als er die Augen schloss, glaubte er, ein sanftes Pochen zu spüren, das Pulsieren fremder, gewaltiger Kräfte und uralter Magie, die in der Waffe eingeschlossen waren. Er drehte sich um und schlurfte langsam zum Gästezimmer hinüber. Die Tür war nur angelehnt. Carol wirkte unglaublich verloren und zerbrechlich in dem riesigen Bett. Sie lag auf der Seite, zusammengerollt wie ein kleines Kind. Zögernd trat Jeffrey einen Schritt näher. Die Hand mit dem Messer hob sich langsam. Aber er konnte es nicht tun. Nicht jetzt. Die Frist war noch nicht vorbei. Er hatte noch zwei Tage. Zwei Tage, in denen er sie glücklich machen konnte. Raven! Inspektor Card bot ihm mit einer Handbewegung Platz an und knurrte. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Einer so freundlichen Einladung konnte ich unmöglich widerstehen, sagte Raven. Die freundliche Einladung hatte aus zwei Polizeibeamten bestanden, die ihn um sechs Uhr aus dem Bett geklingelt hatten. Card schenkte ihm einen giftigen Blick. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Ein Teil der Geschichte, die Pendrose erzählt hat, scheint zu stimmen. Er war vor zwei Jahren im Irak. Und er hat einen Cousin namens Jeffrey Scott Candley. Die Adresse habe ich hier, der ihn damals auf dieser Reise begleitet hat. Card beugte sich vor. Ein bisschen komisch ist die Sache schon, Raven. Die beiden waren damals typische arme Studenten. Und heute gehören sie zu den reichsten Männern der Stadt? Das Komische ist, dass niemand so genau weiß, woher dieser Reichtum kommt. Arbeiten Sie nicht, fragte Raven. Pendrose nicht. Candley hat sich in knapp zwei Jahren zum Vizepräsidenten von Benson & Benson hochgearbeitet. Aber wenn man seiner Einkommensteuererklärung glauben kann, hat er genug Geld, um die halbe Firma zu kaufen. Haben Sie ihn schon verhört? Fragte Raven. Card zog eine Grimasse. Ich hatte vor, jetzt bei ihm vorbeizuschauen. Darf ich mitkommen? Sie haben damit nichts mehr zu schaffen, knurrte Card ärgerlich. Raven grimste. Sie mögen keine Schnüffler, hm? Ganz recht. Aber der Fall liegt hier etwas anders. Sehen Sie, wir haben Blutspuren gefunden. In der Halle, auf der Treppe, in Pendrose Apartment, überall. Wir haben versucht, die Blutgruppe zu bestimmen. Aber das Blut stammt aus keiner der bekannten menschlichen Blutgruppen. Dabei ist es Menschenblut. Daran besteht kein Zweifel. Er ließ sein Feuerzeug aufschnappen und nahm einen gierigen Zug. Verstehen Sie jetzt, warum ich Ihnen in dieser Sache jegliche Einmischung verbieten muss? Es handelt sich um eine so mysteriöse Sache, dass ich am liebsten selbst die Finger davon lassen würde. Das war auch der Grund, warum ich Sie habe rufen lassen. Ich möchte Sie bitten, diesen Fall nicht weiter zu verfolgen. Ich verspreche Ihnen, dass Sie der Erste sind, den ich anrufe, wenn ich den Mörder habe. Also, spielen Sie mit? Raven zuckte mit den Schultern und stand auf. Lassen Sie mir ein paar Stunden Zeit zum Überlegen, bat er. Cards Gesichtsausdruck verfinsterte sich. Ich kenne Typen wie Sie, Raven. Sie geben nicht eher Ruhe, bis Sie irgendetwas ausgeschnüffelt haben. Und es ist Ihnen ganz egal, wie viel Porzellan Sie bei Ihren Nachforschungen zerschlagen. Sie können gehen, Mr. Raven. Und beten Sie zu Gott, dass wir uns nicht noch einmal sehen. Raven fuhr eine Weile ziellos durch die Stadt, ehe er schließlich die Universitätsbibliothek ansteuerte. Er parkte den Wagen in der Tiefgarage, stieg aus und ging in die Bibliotheksräume hinauf. Er wusste selbst nicht genau, was er suchte, und die schier unüberschaubare Anzahl der Bücher über Magie und Hexenkunst, die er vorfand, deprimierte ihn zusätzlich. Aber endlich fand er, wonach er gesucht hatte. Es gab eine Legende, wonach in den unwegsamen Bergen am Tschad el Arab ein alter Magier sein Unwesen trieb. Ein Uralter, von bösen Mächten besessener Mann, dessen Leben nie endete, solange ihm Menschen Opfer gebracht wurden. Der Assassine. Wörtlich übersetzt bedeutet dieses Wort Mörder. Und seine Schergen waren dunkle, schattenhafte Reiter, die das Land früher mit Mord und Terror überzogen hatten, bis, der Sage nach, ein Prinz aus dem Norden gekommen war, der die dunklen Horden vernichtet und den Alten in sein Versteck in die Berge zurückgetrieben hatte. 24 Stunden früher hätte Raven noch über diese Geschichte gelacht, aber mittlerweile hatte er Dinge gehört und gesehen, die mit menschlicher Logik nicht zu erklären waren. Und er wusste, dass sich der Schattenreiter sein nächstes Opfer holen würde, wenn er es nicht verhinderte. Jeffrey starrte die geschlossenen Lifttüren noch lange an, nachdem die Polizisten wieder gegangen waren. Paul war tot. Der Schattenreiter hatte sein erstes Opfer gefunden. Jeffreys Hoffnungen, den Teufelskreis, in dem er gefangen war, irgendwie zu durchbrechen, waren wie Glas zersprungen. Das Grauen hatte ihn endgültig eingeholt. Jeffreys Blick wanderte wieder zu dem Dolch, der harmlos und schön über der Bar hing, dann zur Tür des Gästezimmers, in dem Carol immer noch schlief. Es wurde Zeit, dass er sie weckte. Mit steifen Bewegungen ging er zum Gästezimmer hinüber und öffnete die Tür. Sie war wach. »Du hast alles gehört?«, fragte er. Sie nickte. »Ja, es tut mir leid um deinen Cousin.« »Er war mehr als nur mein Cousin,« antwortete Jeffreys leise. »Wir waren Freunde.« Sie stand auf und schmiegte sich eng an ihn. Er spürte die Wärme ihres Körpers, den sanften Duft ihrer Haare. Es tat gut zu wissen, dass es einen Menschen gab, der mit ihm litt. »Ich bin hungrig,« sagte er plötzlich. »Sei ein Schatz und hol aus dem Restaurant im Erdgeschoss eine Kleinigkeit für uns, ja?« Sie nickte und ging zum Lift. Die Türhälften glitten geräuschlos hinter ihr zu. Jeffreys war allein. Allein. Er begriff plötzlich, was das Wort bedeutete. In den zwei Jahren, in denen er kometenhaft Karriere gemacht hatte, war er immer allein gewesen. Paul war der einzige Mensch gewesen, der ihm etwas bedeutet hatte. Aber auch das hatte er erst jetzt begriffen, da es zu spät war. Paul und Carol. Er begriff plötzlich, dass er dieses Mädchen liebte. Pauls Tod hatte eine schmerzliche Lücke in seinem Leben hinterlassen, aber die Wunde, die Carol hinterlassen würde, würde ungleich größer sein. Er konnte sie nicht töten. Und er würde nicht zulassen, dass ihr irgendjemand etwas antat. Sein Blick fiel auf den Zeremoniendolch des Schattenreiters. Die Waffe glühte in einem seltsamen, kalten Licht. Langsam begann sich unter dem Dolch ein gewaltiger dunkler Umriss zu bilden. Der Schattenreiter. Geoffrey wich mit einem unterdrückten Aufschrei zurück. Der Reiter nahm endgültig Gestalt an. Er hatte die Kapuze zurückgeschlagen, sodass Geoffrey zum ersten Mal sein Gesicht sehen konnte. Der Mund war wie eine dünne Narbe in der ledrigen Haut. Die Nase bestand offensichtlich nur aus zwei ausgefransten Löchern, und die Augen waren tiefe, bodenlose Abgründe, in denen das Feuer der Hölle zu lodern schien. Was willst du von mir? stöhnte Geoffrey. Mein Opfer. Ich habe noch Zeit, ächzte Geoffrey. Es sind noch zwei Tage. Der Dämon nickte. Das stimmt. Ich habe das Opfer gesehen, das du für mich ausgesucht hast. Sie gefällt mir. Nein, nicht sie, nicht Carol. Ich suche ein neues Opfer. Schweig, donnerte der Schattenreiter. Ich will sie haben, keine andere. Er brach ab. Auf seinen Zügen erschien ein nachdenklicher Ausdruck. Es kommt jemand. Carol. Nein, nicht Carol. Der Detektiv, den Paul Pendrose engagiert hatte. Du wirst ihn beruhigen, Geoffrey. Du wirst ihn überzeugen, dass dein Cousin nicht mehr normal war. Schick ihn fort. Die Gestalt verschwamm. Löste sich auf. Geoffrey eilte durch die Diele, löste mit einem Knopfdruck die Sperre, die verhindern sollte, dass ungebetene Gäste mit dem Aufzug bis ins Penthouse hinauf kamen und wartete ungeduldig, bis die Kabine anhielt. Ein hochgewachsener, schlanker Mann trat ihm entgegen. Mein Name ist Raven, stellte sich der Besucher vor. Ich bin Privatdetektiv und... Geoffrey unterbrach ihn. Ich weiß, Mr. Raven. Die Polizei war vor einer halben Stunde hier. Man hat mir von ihnen erzählt. Was wollen Sie? Raven runzelte die Stirn. Nun, sehen Sie, Ihr Cousin wurde ermordet und... Auch das weiß ich, schnappte Geoffrey wütend. Sagen Sie endlich, was Sie von mir wollen. Ihr Cousin war mein Klient, sagte Raven kalt. Ich weiß, wer ihn umgebracht hat und ich werde dafür sorgen, dass der Mord nicht ungesühnt bleibt. So, Sie wissen, wer ihn umgebracht hat, wiederholte Geoffrey höhnisch. Warum sagen Sie es dann nicht der Polizei? Das habe ich getan, entgegnete Raven. Aber die glauben nicht daran. Ich denke, es gibt nur zwei Menschen in London, die an den Schattenreiter glauben. Sie und mich. Geoffrey erbleichte. Sie... Sie reden Blödsinn. Mein Cousin war nicht ganz richtig im Kopf. Er wurde Opfer eines ganz gewöhnlichen Mordes. Sind Sie sicher? Fragte Raven ruhig. Er sah Geoffrey nachdenklich in die Augen. Ich weiß, dass Sie Angst haben, Mr. Candley. Aber es gibt eine Möglichkeit, um den Schattenreiter zu besiegen. Er ist nicht unverwundbar. Er ist sterblich. Genau wie Sie und ich. Wenn Sie mir vertrauen, wenn wir zusammenarbeiten, finden wir eine Möglichkeit. Es ist nicht nötig, dass Sie sterben. Für einen winzigen Augenblick spielte Geoffrey mit dem Gedanken, ihm alles anzuvertrauen. Aber er wusste, dass das unmöglich war. Der Unheimliche würde jedes Wort hören. Und beim geringsten Verdacht eines Verrats würde er ihn umbringen. Bitte, Mr. Raven, lassen Sie mich zufrieden. Es ist besser, wenn Sie die ganze Sache so schnell wie möglich vergessen. Und jetzt gehen Sie bitte. Geoffrey wies auf die offenstehende Liftkabine. Er wartete ungeduldig, bis die Türhälften zuglitten, ehe er aufatmend zurücktrat und die Augen schloss. Das hast du gut gemacht, grollte eine Stimme hinter ihm. Geoffrey drehte sich langsam um und sagte leise, Dieser Mann weiß zu viel. Überlass Raven mir. Ich werde dieses Problem regeln, sagte der Dämon. Irgendwie gelang es Raven einfach nicht, sich auf das Stück zu konzentrieren. Es lag sicher nicht an der Aufführung. Die Schauspieler strengten sich nach Kräften an, um ihren Zuschauern etwas zu bieten. Aber Raven war froh, als der erste Akt zu Ende war und der Vorhang über die Bühne glitt. Er stand auf. Was ist los? fragte Janice. Das Stück geht gleich weiter. Raven flüsterte. Ich weiß, aber ich muss für einen Moment sein. Er quetschte sich zwischen den Sitzreihen hindurch und verließ den Zuschauerraum. Irgendwie hatte er plötzlich geglaubt, dort drinnen keine Luft mehr zu bekommen. Er begann unruhig in der Foyerhalle auf- und abzugehen. Drinnen wurde der Vorhang zum zweiten Akt zurückgezogen. Durch die geschlossenen Türen drangen jetzt die gedämpften Stimmen der Schauspieler. Und Pferdegetrappel. Raven runzelte die Stirn und lauschte. Das Geräusch blieb. Schienen lauter zu werden. Das Klappern harter Hufe auf steinigem Untergrund. Der Schattenreiter. Er war hier. Raven fuhr herum. Schatten wogten vor seinen Augen. Schwarze, neblige, zerfaserte Schatten, die sich zusammenballten, wieder auseinanderflossen und sich neu formten, um allmählich die Umrisse eines gigantischen schwarzen Reiters anzunehmen. Pferd und Reiter mussten zusammen über drei Meter groß sein. Die meterlange Klinge des Säbels funkelte unter dem Licht der Kronleuchter. Raven brachte sich mit einem gewaltigen Satz in Sicherheit, als die Klinge niedersauste. Funken stoben auf, als Metall auf Stein traf. Raven rollte sich herum, kam auf die Füße und hechtete hinter eine mannsdicke Säule. Der Säbel rutschte funkensprühend daran entlang und riss einen langen Stofffetzen aus Ravens Smokingjacke. Er spürte einen heftigen, brennenden Schmerz an der Stelle, wo ihn die Waffe berührt hatte. Aber er war hinter der Säule in Sicherheit, für die nächsten Sekunden jedenfalls. Der Schattenreiter stieß ein wütendes Knurren aus, schwang seinen Säbel und griff erneut an. Die Hufe seines Reittieres trommelten in rasendem Stakkato auf den Boden. Raven setzte alles auf eine Karte. Er wartete, bis die Erscheinung auf Armeslänge vor ihm war, tauchte Millimeter unter der rasiermesserscharfen Schneide des Säbels hindurch und schlug mit aller Kraft zu. Aber seine Faust drang so mühelos durch den Körper, als schlüge er in Nebel. Er hörte ein irres, hämisches Lachen hinter sich. Der Unheimliche hatte angehalten. Sein Pferd scheute unruhig und tänzelte mit den Vorderbeinen. »Du kämpfst gut für einen Sterblichen,« sagte er anerkennend. »Aber du wirst trotzdem sterben.« Er hob den Säbel, sprang mit einer eleganten Bewegung aus dem Sattel und drang auf Raven ein. Seine Waffe zischte durch die Luft. Raven hatte in diesem Augenblick keine Zeit zu überlegen. Seine Hände zuckten vor, packten die silberne, gekrümmte Klinge des Säbels und zogen daran. Ein irrsinniger Schmerz fuhr durch seine Hände, aber Raven ließ nicht los. Zwischen seinen Fingern sickerte Blut hervor und der Schmerz steigerte sich ins Unerträgliche. Hinter ihm wurden jetzt aufgeregte Stimmen laut und das Trappeln von Schritten. Der Schattenreiter sah sich mit einer ärgerlichen Bewegung um und wich einen Schritt zurück. »Hund!«, zischte er. »Diesmal bist du mir entwischt, aber das nächste Mal werde ich dich töten!« Raven stöhnte gequält auf. Dann, endlich, verlor er das Bewusstsein. Die Welt, in der er erwachte, war weiß. Seine Schultern und sein rechter Arm brannten, und dort, wo eigentlich seine Hände sein sollten, schienen zwei feurige, klopfende Lavaklumpen zu sein. »Er wacht auf!«, sagte eine Stimme, und ein Gesicht erschien über ihm. Das Gesicht eines grauhaarigen Mannes in einem weißen Kittel. »Es ist zwar eine abgedroschene Frage,« krächtst du, Raven, »aber wo bin ich?« Der Mann lächelte. »Es ist doch eine abgedroschene Antwort. Sie sind im Krankenhaus. Wie fühlen Sie sich?« »Miserabel. Was ist passiert?« Der Doktor zuckte mit den Schultern. »Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können. Sie haben ein paar üble Schnittwunden. Ihre Hände sehen aus, als hätten Sie versucht, einen laufenden Mähdrescher aufzuhalten.« Er runzelte die Stirn. »Aber ich glaube, Sie haben Glück gehabt. Sie werden Ihre Hände in ein paar Wochen wieder benutzen können.« Raven lachte leise. »Ein paar Wochen. Ich werde nicht einmal ein paar Stunden hierbleiben.« Der Doktor grinste. »Mein lieber Junge, Sie wären verblutet, wenn Ihre Verlobte nicht so schnell reagiert hätte.« »Janice?« »Sie ist draußen. Ich lasse sie für fünf Minuten zu Ihnen. Aber nicht länger.« Janice betrat das Krankenzimmer. Sie sah schlecht aus. Unter ihren Augen lagen dunkle, hässliche Ringe. »Du hast geweint?«, fragte Raven. Janice schürzte trotzig die Lippen. »Wie kommst du auf die Idee?« »Wie fühlst du dich?« Er hob die dick bandagierten Hände. »Mies. Wenn Ihr fünf Sekunden später gekommen wärt, hätte er mich gevierteilt.« »Er?« »Der Schattenreiter«, sagte Raven erstaunt. »Ihr müsst ihn doch gesehen haben.« Janice schwieg eine Weile. »Niemand hat etwas gesehen«, antwortete sie dann. Raven schloss ein Setz die Augen. »Natürlich. Der Unheimliche zeigte sich nur seinen Opfern. Außenstehende konnten ihn nicht sehen. Für alle anderen musste es so aussehen, als wäre er plötzlich verrückt geworden.« Er hörte, wie Janice aufstand und leise zur Tür ging. »Ich komme morgen früh wieder«, sagte sie zum Abschied. Raven antwortete nicht. Er hatte einen Kampf auf Leben und Tod mit dem Unheimlichen ausgefochten, und er wusste, dass der Schattenreiter wiederkommen würde, um ihn zu töten. Er musste fliehen. Das Anziehen war eine Qual. Er brauchte fast eine halbe Stunde. Als er fertig war, ließ er sich total erschöpft aufs Bett sinken. Sein Kopf drehte sich. Aber er raffte trotzdem all seine Kraft zusammen und schlich auf zehn Spitzen aus dem Zimmer. Der Korridor war nur von ein paar trüben Notleuchten erhellt. Es war kein Mensch zu sehen. Raven hatte Glück. Er konnte das Gebäude verlassen, ohne aufgehalten zu werden. Die frische, kalte Nachtluft gab ihm neue Kraft. Er trat an den Straßenrand und hielt nach einem Taxi Ausschau. Ein Wagen hielt. Es war ein altersschwacher, verboilter Rover. Die Tür auf der Beifahrerseite wurde aufgestoßen, und ein glatzköpfiges, feistes Weihnachtsmann-Gesicht lugte heraus. »Card«, sagte Raven verblüfft. »Höchstpersönlich.« Der Inspektor winkte ungeduldig. »Nun steigen Sie schon ein. Oder wollen Sie sich auch noch eine Lungenentzündung holen?« Raven stieg schulterzuckend in den Wagen. »Wo fahren wir hin?« »Zu mir nach Hause«, sagte Card. »Ich habe mir gestern Abend noch einmal sämtliche Unterlagen durchgelesen und bin da auf etwas gestoßen. Äh, was machen Ihre Hände?«, fragte er mit einer entsprechenden Kopfbewegung. »Sie schmerzen.« »Wie ist es passiert?« »Was wollen Sie hören?«, fragte Raven. »Die offizielle Version oder was wirklich passiert ist?« »Die offizielle Version kenne ich. Erzählen Sie mir Ihre.« Es war der Schattenreiter. Raven behielt Card genau im Auge, aber auf dem Gesicht des Inspektors war keinerlei Regung zu erkennen. »Sie scheinen mir zu glauben«, sagte Raven. »Alle anderen halten mich für verrückt.« »Wahrscheinlich sind Sie es auch. Aber mittlerweile glaube ich, dass ich auch nicht mehr so ganz normal bin.« Card parkte den Rover vor einem eingeschossigen Fertighaus und hielt Raven die Tür auf. Sie gingen schweigend zum Haus hinüber. Card schloss auf und führte seinen Gast ins Wohnzimmer. »Setzen Sie sich. Am besten dort drüben vor den Fernseher.« Raven ließ sich aufatmend in einen der gemütlichen Sessel sinken, während Card irgendwo hinter seinem Rücken in einer Aktentasche kramte. Schließlich tauchte er mit einer Videokassette in den Händen wieder auf. Es gab in dem Apartmenthaus, in dem Penrose wohnte, eine zusätzliche Videoüberwachungsanlage, von der nicht einmal die Wachmänner etwas wussten, erklärte er, während auf dem Bildschirm das Bild der Empfangshalle erschien. »Ich führe Ihnen nur eine bestimmte Stelle vor. Sie ist ziemlich kurz, aber interessant.« Auf dem Bildschirm war jetzt die zerstörte Computertheke und daneben die Leiche des erschlagenen Wachmanns zu sehen. »Sie sagen, der Schattenreiter hat Ihnen die Hände mit einem Krummsäbel zerschnitten?« Raven nickte. »Wie sah er aus? So etwa?« Auf der Mattscheibe war wieder das Bild der zertrümmerten Computeranlage erschienen, aber einen halben Meter über der zerborstenden Theke schwebte ein schimmernder Säbel. »Ist das die Waffe, mit der der Schattenreiter sie angegriffen hat?« fragte Card ruhig. Raven nickte. »Ja, aber wie…« »Wie die Aufnahme zustande gekommen ist?« fragte Card lächelnd. »Ich habe keine Ahnung. Nach dem, was Sie mir erzählt haben, ist der Dämon normalerweise unsichtbar, außer für seine Opfer. Aber ich vermute, dass das Material, aus dem dieser Säbel gefertigt wurde, irgendeine Brücke zwischen seiner und unserer Welt darstellt.« Raven nickte nachdenklich. »Das klingt einleuchtend. Meine Hände gingen glatt durch ihn hindurch, aber den Säbel konnte ich anfassen.« Er betrachtete unglücklich seine zerschnittenen Hände. »Das heißt, wir haben die erste Spur«, signierte Card. Jeffrey hatte vergebens versucht, Schlaf zu finden. Stunde um Stunde hatte er wachgelegen und versucht, einen Ausweg zu finden. Es gab keinen. Carol lag neben ihm. Sie waren seinen Armen eingeschlafen, nachdem sie sich stundenlang geküsst und gestreichelt hatten. Mehr nicht. Aber diese wenigen scheuen Zärtlichkeiten hatten ihm auf sonderbare Weise mehr gegeben als jede bezahlte Liebesnacht, die er vorher erlebt hatte. Er vergrub den Kopf unter dem Kissen und versuchte krampfhaft an irgendetwas Belangloses zu denken. Aber es ging nicht. Im Gegenteil. Je mehr er sich bemühte, nicht an den Schattenreiter und den Dolch an der Wand im Nebenzimmer zu denken, desto stärker schienen seine Gedanken darum zu kreisen. Schließlich hielt er es nicht mehr aus und stand auf. Er musste es tun. Jetzt. Der Rover hielt mit leise blubberndem Motor am Straßenrand. Raven stieß die Tür auf, stieg vorsichtig aus und nickte Card zum Abschied zu. Bis dann. Er ging zum Haus hinüber. Aufatmend ließ er die Haustür hinter sich zufallen, schaltete die Flurbeleuchtung ein und erstarrte. Vor ihm stand der Schattenreiter. »Hast du wirklich geglaubt, mir entkommen zu können? Diesmal sterbst du.« Er gab seinem Pferd die Sporen und trabte langsam auf Raven zu. Ravens Gedanken überschlugen sich. Der Schattenreiter erstarrte. Er legte den Kopf auf die Seite, schloss die Augen und schien zu lauschen. Auf seinen Zügen erschien ein wütender Ausdruck. »Dieser Narr«, zischte er. Sein Blick bohrte sich wütend in Ravens Augen. »Du kommst ein zweites Mal davon, Raven. Aber ich komme wieder.« Seine Gestalt löste sich zuerst in wirbelnde, dunkle Schleier auf und verschwand dann ganz. Raven starrte fassungslos auf die Stelle, an der der Dämon Sekunden zuvor noch gestanden hatte. Irgendetwas war geschehen. Etwas, das so wichtig für den Schattenreiter sein musste, dass er die Verfolgung aufgab. Und es gab eigentlich nur eine logische Erklärung. Candley. Der Londoner Hyde Park ist einer der wenigen Orte in der Millionenstadt, in dem das Leben nachts wirklich zum Erliegen kommt. Die Frau war nervös. Normalerweise wäre sie niemals allein durch den einsamen Park gegangen. Aber sie war müde. Der Umweg um den Park herum hätte sie eine halbe Stunde gekostet. Sie hielt sich streng an die beleuchteten Wege, aber die schattige, sanfte Dunkelheit zwischen den Bäumen erfüllte sie mit Unruhe. In den Schatten zwischen den Bäumen links von ihr knackte es. Eine schnelle, huschende Bewegung ließ sie zusammenfahren. Sie spürte plötzlich, dass sie nicht mehr allein war. Das Geräusch wiederholte sich, und diesmal sah sie den Schatten deutlicher. Der dunkle, bedrohliche Umriss eines Mannes, der sich langsam aus den Bäumen löste und auf sie zukam. »Was, was wollen Sie?« fragte sie krächzend. Der Mann antwortete nicht, aber er kam näher. Sein Gesicht glänzte schweißnaß und seine Lippen bebten. Er stürzte sich auf sie, packte sie bei den Schultern und schleuderte sie zu Boden. In seinen Augen flackerte ein irres, wahnsinniges Feuer. Seine Hand glitt zum Gürtel und kam mit einem zweischneidigen, schmalen Dolch wieder zum Vorschein. Die Frau schrie entsetzt auf, als ihr klar wurde, dass der Fremde vorhatte, sie zu töten. Doch dann geschah etwas Seltsames. Auf dem Weg hinter dem Mörder erschien eine schattenhafte Gestalt, die entfernt an einen Mann auf einem Pferd erinnerte. »Narrr«, dröhnte eine Stimme. »Ich habe dir gesagt, dass ich dieses Opfer nicht will. Du weißt, wen ich erwählt habe.« Der Mann stieß einen klagenden, wimmernden Ton aus. »Bitte, ich kann es nicht.« »Schweig«, donnerte der Reiter. »Du wirst jetzt gehen und tun, was ich von dir verlange. Sofort!« Irgendetwas Unbegreifliches schien plötzlich in der Luft zu liegen. Als sich der Mann aufrichtete, war sein Blick leer. »Ich werde gehorchen«, murmelte er. Das Haus ragte wie ein gigantisches Monument aus Glas und Beton empor, als Raven über den Rasen auf das Haus zurannte. Er warf sich gegen die Tür. Sie war verschlossen. Raven zögerte einen Moment, trat zurück und schmetterte einen Stein gegen das Glas der Tür. Nach dem dritten Schlag hatte er eine Öffnung geschaffen, die groß genug war, um sich hindurch zu quetschen. Er rannte durch die verwaiste Halle und sprang in eine offenstehende Liftkabine. Mit quälender Langsamkeit setzte sich die Kabine in Bewegung. Genau bis zur elften Etage. Dann hielt der Aufzug an und die Türhälften glitten auseinander. Raven drückte verzweifelt auf den zwölften Knopf, aber der Lift rührte sich nicht. Die Diele lag im Dunkeln. Jeffrey hatte kein Licht eingeschaltet, als er die Wohnung betreten hatte. Sein Blick war leer. Er war nicht mehr länger Herr seines Körpers. Ein fremder, stärkerer Wille hatte die Kontrolle über seinen Körper übernommen. Carol saß im Dunkeln auf der Couch und starrte ihm aus angstvoll geöffneten Augen entgegen. Jeffrey wollte schreien, ihr eine Warnung zurufen, aber seine Stimmbänder versagten ihm den Dienst. Er zog den Dolch aus dem Gürtel, trat einen Schritt auf sie zu und blieb stehen. Schweiß perlte auf seiner Stirn, und er krächzte mühsam. »Du, du hättest nicht hierbleiben dürfen.« »Ich muss dich töten, Carol.« »Genau das werde ich verhindern.« Licht flammte auf. Ein Schuss peitschte durch den Raum, und Jeffrey schrie überrascht auf, als ein schmerzhafter Schlag seine Hand traf und ihm die Waffe entriss. »Card«, raunte er verblüfft. Er umklammerte seine schmerzende Hand und sah erfassungslos zu Carol. »Du hast ihn angerufen?« »Das war nicht nötig«, entgegnete Card. »Sie haben seit zwei Tagen keinen Schritt getan, von dem ich nicht wusste. Dass sie meinen Leuten im Hyde-Park kurzzeitig entwischt sind, war ein bedauerliches Missgeschick. Aber Gott sei Dank ist die Frau, die sie überfallen haben, bis auf den Schrecken wohl auf.« Er brach ab, legte den Kopf schräg und lauschte. Ein kratzendes, schabendes Geräusch drang aus dem Nebenzimmer zu ihnen herüber. Die Verbindungstür wurde mit einem berstenden Schlag aus den Angeln gerissen. Und dann brach das Chaos über die drei Menschen herein. Ein wirbelnder schwarzer Schatten preschte mit unfassbarer Geschwindigkeit auf Card los und schlug ihm mit dem Knauf seines Säbels über den Kopf. »Und nun zu uns«, grollte der Dämon. Sein Blick schien sich in Jeffreys Augen festzusaugen. »Die Zeit ist gekommen. Ich verlange mein Opfer.« Jeffrey nickte. Langsam hob er den Dolch auf und ging auf Carol zu. Raven drückte ein paar Mal wütend auf den Liftknopf, ehe er aufgab und auf den Korridor hinaustrat. Es musste eine andere Möglichkeit geben, hinaufzugelangen. Raven trat ans Fenster, schob es hoch und beugte sich hinaus. Eisiger Wind schlug nach ihm und ließ ihn schaudern. Es gab einen Sims, der unter dem Fenster entlang lief und scheinbar um das gesamte Gebäude herum führte. Raven war zwar schwindelfrei, aber mit seinen zerschundenen Händen grenzte es an Selbstmord, dort hinauszusteigen. Außerdem hatte er keine Garantie, dass er draußen einen Aufstieg nach oben fand. Aber er hatte keine Wahl. Mit vorsichtigen, tastenden Bewegungen trat er auf den Sims. Der Wind zerrte wie mit riesigen Kräften an ihm, als er sich mit dem Rücken gegen die Hauswand presste und langsam losging. Ein einziger falscher Schritt und seine Karriere würde elf Stockwerke tiefer auf dem harten Straßenpflaster enden. Unter seinen Händen war plötzlich etwas Kaltes, Glattes. Er drehte vorsichtig den Kopf. Direkt neben ihm führte eine polierte Röhre aus Metall an der Hauswand empor. Raven tastete prüfend über das Metall. Es fühlte sich stabil genug an, um sein Gewicht zu tragen. Aber er wusste nicht, ob er die Kraft besaß, sich die vier Meter an der glatten Röhre empor zu ziehen. Er riskierte es. Die Wunden an seinen Händen brachen wieder auf, als er das Rohr umklammerte und sich Zentimeter für Zentimeter daran nach oben zog. Seine Hände hinterließen blutige Abdrücke auf dem silbrigen Metall. Nach einer Ewigkeit hatte er es geschafft. Mit einer verzweifelten Anstrengung zog er sich über die Dachkante. Es kostete ihn, seine letzten Kraftreserven aufzustehen und auf die deckenhohen Scheiben des Penthouses zuzutaumeln. Der Anblick, der sich ihm bot, ließ ihn erstarren. Karte lag reglos am Boden und die gigantische Gestalt des Schattenreiters überragte ihn wie ein bizarres, grausiges Monument. Auf der anderen Seite des Zimmers stand Candley, vor ihm eine junge Frau, die ihn aus schreckgeweiteten Augen anstarrte, und in Candleys Hand glitzerte zum tödlichen Hieb erhoben ein Dolch. »Candley! Nicht! Tun Sie es nicht!« Raven trat in blinder Verzweiflung gegen die Glastür. Das Material zersprang klirrend, dann stürzte Raven mit einem verzweifelten Satz ins Zimmer und fiel Candley in den Arm. Sie taumelten gemeinsam zu Boden. Candley schlug blind um sich. Raven blockte den Schlag mit seinem Unterarm ab und trat gleichzeitig nach Candleys Hand. Die Waffe segelte im hohen Bogen davon. Candley sprang mit wütendem Knurren auf die Füße. Sein Gesicht war vor Wut verzerrt. Speichel tropfte von seinen Lippen. Raven begriff plötzlich, dass der Mann nicht mehr Herr seiner selbst war. Er wartete, bis Candley ganz dicht an ihn herangekommen war, dann sprang er blitzschnell zur Seite, ließ Candley an sich vorbeistürzen und stellte ihm ein Bein. Der Tobende schlug schwer auf dem Boden auf und blieb benommen liegen. Raven richtete sich keuchend auf. Der kurze Kampf hatte ihn total erschöpft. Bravo, sagte eine dunkle Stimme. Du hast wirklich ausgezeichnet gekämpft. Raven drehte sich langsam um. Der Schattenreiter lachte. Aber auch das wird dir nichts nützen. Er zog den Säbel und stieg von seinem Pferd. Selbst jetzt überragte er Raven noch um mehr als einen halben Meter. Du hättest die Gelegenheit nutzen und fliehen sollen, sagte er unbeteiligt. Vielleicht wärst du sogar davongekommen. Aber so. Er sprang blitzschnell vor und schlug nach Ravens Hals. Der Detektiv taumelte zurück. Die Klinge zischte wenige Zentimeter vor seinem Gesicht durch die Luft. Raven wich zurück und sagte, ich glaube, du hast einen Fehler gemacht. So. Die Teufelsfratze des Schattenreiters verzog sich zu einem kalten Lächeln. Glaubst du? Der Säbel zuckte wie eine zustoßende Schlange vor. Raven warf sich herum, stolperte und fiel auf den Rücken. Seine Hände tasteten scheinbar ziellos über den Teppich. Welchen Fehler meinst du? fragte der Dämon höhnisch. Raven spannte sich. Seine Finger schlossen sich um den Griff des Opferdolches. Diesen! schrie er. Sein Arm zuckte hoch. Der Dolch zischte wie ein kleines, gefährliches Geschoss durch die Luft, traf den schattenhaften Körper des Dämons und bohrte sich tief in seine Brust. Der Unheimliche schrie auf. Sein Säbel fiel klappern zu Boden, während er rückwärts taumelte und die Hände um den Messergriff krampfte. Dunkles, zähflüssiges Blut sickerte zwischen seinen Fingern hervor. Langsam, wie in Zeitlupe brach der Schattenreiter in die Knie. Das unheimliche Leuchten in seinen Augen erlosch. Sein Körper festigte sich. Er war nicht länger eine nebelhafte Erscheinung, sondern ein verwundbares, lebendes Wesen aus Fleisch und Blut. Er starb. Der Körper schien zu schrumpfen, wurde kleiner, dünner und zerbrechlicher. Die Haut verfärbte sich grau und zerfiel. Darunter erschienen die weißen Knochen seines Skeletts. Aber auch sie zerfielen innerhalb weniger Augenblicke zu feinem Staub. Was ist passiert? fragte Card verwirrt, als Raven ihn wenig später mit Hilfe eines fünfstöckigen Whiskys ins Bewusstsein zurückbrachte. Sie haben das Spannendste verschlafen, sagte Raven spöttisch. Er ist tot. Der Schattenreiter? Candly nickte. Er sah unsicher von Card zu Raven und suchte sichtlich nach Worten. Sie, Sie haben mir das Leben gerettet, Raven, sagte er schließlich. Mir und Carol. Wie kann ich Ihnen danken? Raven überlegte einen Moment. Schließlich hob er seine zerschundenen, blutigen Hände. Ganz einfach. Rufen Sie mir einen Krankenwagen. Er konnte nicht ahnen, dass dies erst der Anfang gewesen war und er erst einen der Schattenreiter vernichtet hatte. Sie hörten Schattenreiter von Wolfgang Hohlbein. Gelesen von David Nathan. Eine Produktion von Lübbe Audio für Bastei Lübbe Stars 2006. Raven Teil 2 Das Schwert des Bösen von Wolfgang Hohlbein. Es liest David Nathan. Sir Lancelot schloss die Augen, legte den Kopf in den Nacken und genoss für Augenblicke die letzten wärmenden Strahlen der Sonne. Kalter Wind war aufgekommen, fuhr raschelnd durch das Gras zu seinen Füßen. Lancelot du Lac. Er wusste, dass er eines Tages ein Held sein würde. Was würden all die nachfolgenden Generationen wohl sagen, wenn sie ihn jetzt sehen könnten? Einen gebrochenen, verbitterten Mann, der mit gebeugten Schultern auf den letzten Ausläufern der Kreidefelsen stand. Das Meer rollte 200 Fuß unter ihm donnernd gegen die schwarzen Klippen. Er hob das Schwert und fing die letzten Strahlen der untergehenden Sonne auf dem blitzenden Metall ein. Er dachte wieder daran, was Merlin gesagt hatte, als Arthus es vor so vielen Sommern aus seinem steinernen Grab gezogen hatte. In den richtigen Händen vollbringt es Wunder, aber in den falschen wird es zum Fluch. Lancelot du Lac spürte das sanfte Pulsieren der magischen Kräfte, die in dem schlanken Stück Stahl eingeschlossen waren. In den falschen wird es zum Fluch, murmelte er. Er hatte Excalibur dazu missbraucht einen Menschen zu ermorden. Mit einer entschlossenen Bewegung holte er aus und schleuderte Excalibur von sich. Das Schwert beschrieb einen weiten glitzernden Bogen, dann tauchte es in den Wellen unter. Er hatte Arthus auf dem Totenbett versprechen müssen, die Waffe im Meer zu versenken. Es war sein letztes Versprechen gewesen und die letzte Bindung zur Tafelrunde. Jetzt war er frei. Das dumpfe Brummen des Außenbordmotors ging im Brüllen der Brandung beinahe unter. Lancelot hatte Mühe, das Boot gegen die Gewalt der Strömung auf Kurs zu halten. Er musste mit voller Konzentration fahren, um nicht auf eine der gefährlichen Klippen aufzulaufen. Trotz der Kälte war Lance schweißgebadet, als er das Motorboot neben die Bordwand der Schaluppe lenkte und nach dem Taugriff, das ihm einer der Matrosen zuwarf. Er kletterte an Bord und ging dann unter Deck. Sein Vater war in seiner Kabine und arbeitete. Professor Jacob Bix sah ganz und gar nicht so aus, wie man sich im Allgemeinen einen würdigen Professor für Archäologie und Geschichte vorstellen mochte. Im Gegenteil, Bix machte einen sportlichen, durchtrainierten Eindruck. Hast du das Geld? fragte er. Lancelot griff in seine Jacke und förderte einen dickleibigen Briefumschlag zutage. Alles da, 2500 Pfund. Bix steckte den Briefumschlag in die Hosentasche. Ich glaube, wir sind jetzt fast am Ziel. Er deutete auf einen Fleck auf der Karte. Sharkland steigt heute Nachmittag hier ab. Wenn wir etwas Glück haben, hat er Erfolg. Er griff in die Hosentasche und gab Lance den Umschlag mit dem Geld zurück. Tu mir einen Gefallen und zahl die Leute aus. Sie warten schon auf ihren Lohn. Lance ergriff den Umschlag, machte aber keine Anstalten aufzustehen. Ist noch etwas? Nun, druckste Lance herum, ich brauche Geld. Bix sah seinen Sohn scharf an. Wozu, wenn ich fragen darf? Und wie viel? 4000 Pfund. Bis morgen Abend. 4000 Pfund? Das ist verdammt viel Geld, mein Junge. Sag nicht, mein Junge, zischte Lance. Ich bin 29. Halt den Mund, Lancelot. Ich weiß recht gut, wie alt du bist. Aber ich weiß auch, dass du noch keinen Tag wirklich gearbeitet hast. Und ich weiß auch, dass ich dir ein Taschengeld zahle, von dem mancher Mann eine Familie ernähren könnte. Da wird es doch wohl erlaubt sein, zu fragen, wozu du so viel Geld brauchst. Ich habe Schulden. Lance konnte den Blick seines Vaters nicht standhalten und sah betreten zu Boden. Ich würde dich nicht um Hilfe bitten, wenn ... Du brauchst mich nicht zu bitten, sagte Bix ruhig. Ich werde dir keinen Penny geben. Vater, bitte. Du verstehst das nicht. Die Leute, denen ich das Geld schulde, werden mir etwas antun, wenn du mir nicht hilfst. Bix Gesicht wirkte unbeteiligt. Ich kann dir das Geld nicht geben, Junge. Ich habe es nicht. Die 2500 Pfund, die du da in den Händen hältst, sind alles, was ich hatte. Aber du kannst doch unmöglich unser ganzes Geld in dieses wahnsinnige Unternehmen gesteckt haben, brüllte Lance. Das Geld, die Wertpapiere, der Familienschmuck. Es ist nichts mehr da. Ich stehe kurz vor dem Ziel, Lance. Wir haben die Bucht Zentimeter für Zentimeter abgesucht. Lance starrte seinen Vater entgeistert an. Dann drehte er sich wortlos um und verließ die Kajüte. Nach dem Gedränge in der Abflughalle des Londoner Flughafens empfand Raven das Verkehrsgewühl der Rushhour beinahe als Erholung. Er spähte eine Lücke vier oder fünf Wagenlängen vor sich, scherte aus und der Maserati preschte mit aufbrüllendem Motor an der Schlange vorbei. Raven grinste schadenfroh, als er den wütenden Gesichtsausdruck des Hintermannes im Rückspiegel sah. Seltsamerweise rief der Anblick seines teuren, dunkelgrünen Wagens bei den meisten Autofahrern eher Frustration als Bewunderung hervor. Wahrscheinlich, dachte Raven, wären sie etwas weniger neidisch, wenn sie gewusst hätten, dass der Wagen praktisch alles war, was er besaß, und dass sich auf seinem Schreibtisch die unbezahlten Rechnungen stapelten. Der Beruf eines Privatdetektivs war nicht halb so einträglich, wie die meisten Menschen dachten. Untreuen Ehefrauen nachzuspüren, brachte nun einmal nicht besonders viel ein. Und der einzige aufregende Fall, den er jemals gehabt hatte, Raven dachte mit Schaudern an seine Begegnung mit dem Schattenreiter zurück. Die Prämie, die Kenley ihm gezahlt hatte, nachdem er den unheimlichen Dämon besiegt hatte, war zum Großteil zur Tilgung seiner Schulden draufgegangen. Die Flugkarte für Janice hatte praktisch seine letzte Barschaft aufgebraucht, aber die Ausgabe hatte sein müssen. Janice's Erbtante war lebensgefährlich erkrankt, und sie hatte außer Ravens Verlobter und Sekretärin keinerlei Verwandtschaft mehr. Niemanden, der sich um die alte Frau kümmerte. Und, wie Janice gemeint hatte, niemanden, der sich um ihr Vermögen kümmerte. Vor Ravens Wohnungstür stand ein Mann, etwa vierzig Jahre alt, dezent gekleidet und mit einer Aktentasche bewaffnet. Raven hatte den Mann zwar noch nie zuvor gesehen, aber er wusste trotzdem, wen er vor sich hatte. Gerichtsvollzieher erkannte er auf hundert Fuß und mit geschlossenen Augen. Er atmete tief ein, zog seinen Wohnungsschlüssel hervor und öffnete die Tür. »Kommen Sie rein«, sagte er unfreundlich. »Mr. Raven, mein Name ist Hansen. Ich bin Gerichtsvollzieher und komme im Auftrag der Hausverwaltung.« Raven schluckte trocken. »Sie kommen wegen der Miete?« »Richtig. Es wäre da ein Betrag von 1355 Pfund Sterling fällig, einschließlich Zinsen, versteht sich. Haben Sie das Geld?« Raven schüttelte den Kopf. Hansen nickte, als hätte er nichts anderes erwartet. »Dann, so leid es mir tut, Mr. Raven, sehe ich mich leider gezwungen, Sie zur sofortigen Räumung der Wohnung aufzufordern.« »Einen Moment, Mr. Hansen. Sie können mir wenigstens eine Galgenfrist lassen.« Hansen lächelte. »Ich glaube nicht, dass Sie die Summe innerhalb von 48 Stunden besorgen könnten.« »Ich kann es wenigstens versuchen,« sagte Raven. Hansen sah ihn durchdringend an. »Bitte?« »Ich muss Sie aber der Ordnung halber darauf hinweisen, dass Sie sich nur Schwierigkeiten einhandeln, wenn Sie versuchen, mich hinzuhalten.« »Übermorgen dann. Um die gleiche Zeit.« Hansen verschwand, ohne sich zu verabschieden. Raven ging zu seinem Schreibtisch, kramte sein Telefonbuch hervor und begann, die Seiten durchzublättern. Aber er wusste, dass es sinnlos sein würde, seine Freunde anzupumpen. Sein Freundeskreis bestand nicht aus Leuten, die 1.355 Pfund aus der Westentasche ziehen konnten. Schließlich blieb sein Blick beim Buchstaben C hängen. Card. Inspektor Card von der Mordkommission. Seit sie gemeinsam gegen den Schattenreiter gekämpft hatten, bestand zwischen ihnen so etwas wie eine lose Freundschaft. Und ab und zu schusterte er Raven sogar einen kleineren Auftrag zu. Raven wählte Cards Nummer. »Samsen, Mordkommission Scotland Yard.« »Inspektor Card, bitte«, sagte Raven. »Tut mir leid, der Inspektor ist nicht im Haus.« Raven seufzte, bedankte sich und legte auf. Wieder eine Hoffnung weniger. Lance parkte den Wagen in einer Nebenstraße. Er fühlte sich alles andere als gut. Er hatte seinen Vater bestohlen und empfand Abscheu vor sich selbst. Aber er hatte keine Wahl. Thompson hatte gedroht, ihm jeden Knochen einzeln zu brechen, wenn er das Geld nicht besorgte. Außerdem, dachte Lance trotzig, war sein Vater selbst schuld. Solange er sich erinnern konnte, war der alte Mann besessen von der Idee, zu beweisen, dass die Arthussage Wahrheit war, dass es die sagenumwobene Tafelrunde mit ihren Rittern wirklich gegeben hatte. Er hatte sogar seinen einzigen Sohn auf den Namen des berühmtesten Ritters der Tafelrunde getauft. Und letztlich hatte er sein Vermögen in ein aussichtsloses Unternehmen gesteckt. Das Schlimme war, dachte Lance, dass der alte Mann wirklich daran glaubte, das sagenhafte Schwert Excalibur finden zu können. Aber Excalibur existierte nicht. Es hatte niemals existiert. Lance musste dreimal klopfen, ehe die wuchtige Holztür, hinter der sich der Four-Roses-Klapfer-Bar geöffnet wurde. Er betrat den Schankraum, nickte dem Barkeeper flüchtig zu und steuerte dann die Treppe am hinteren Ende des weitläufigen Raumes an. Thompson erwartete ihn in seinem Büro. Rechts und links des Schreibtisches erkannte Lance zwei Männer, Rowland und Cowley, zwei von Thompsons Schlägern. »Schön, dass du doch noch gekommen bist«, sagte Thompson. »Hast du das Geld?« Lance nickte und legte den Umschlag auf den Tisch. Thompson grapschte danach und riss ihn ungeduldig auf. »Das sind nur 2.500. Du schuldest mir ein klein wenig mehr.« »Ich konnte nicht mehr auftreiben, Mr. Thompson. Sie müssen mir ein paar Tage Zeit geben.« »Ich muss gar nichts.« Thompson ließ den Umschlag in der Jackentasche verschwinden und starrte Lance durchdringend an. »Ich gebe dir 72 Stunden. Danach tanzt du hier mit 4.000 Pfund in Bar an oder meine Jungs statten dir einen Besucher ab.« »4.000 Pfund, aber ich habe ihn bereits 2.500.« Thompson brachte ihn mit einer ärgerlichen Handbewegung zum Schweigen. »Das waren erst die Zinsen.« Er grinste, aber seine Augen blieben ernst. »Sie bekommen ihr Geld«, sagte Lance mit mühsam beherrschter Stimme. »4.000 Pfund und keinen Cent mehr. Wenn Sie damit nicht zufrieden sind, gibt es auch noch die Polizei.« Thompson erstarrte und sagte leise, »wie du willst. Wenn du es lieber auf die harte Tour magst.« Der Gangsterboss stand auf und kam schwerfällig um den Schreibtisch herum. »Ich lasse dich jetzt ein paar Minuten mit den Jungs allein. Wenn sie mit dir fertig sind, kannst du dir ja überlegen, ob du wirklich die Polizei rufst.« Er verließ mit schnellen Schritten den Raum. »Gut, Kleiner«, sagte Rowland. »Fangen wir an.« Er trat Lance mit voller Wucht vor die Kniescheibe. Lance schrie auf und ging zu Boden. Rowland lachte hässlich. Lance wusste, dass er alles nur viel schlimmer machen würde, wenn er sich wehrte, aber er war halb wahnsinnig vor Schmerzen. Als Rowland das nächste Mal zuschlug, duckte er sich blitzschnell weg und trieb dem Gangster den Ellbogen in die Rippen. Er hörte, wie Rowland stöhnte und zurücktaumelte, fuhr herum, fing einen Tritt des zweiten Schlägers ab und schlug mit aller Wucht zurück. Kauli stürzte zu Boden. »Was hättest du nicht tun sollen, Kleiner«, stieß Rowland keuchend hervor. Lance taumelte gegen den Schreibtisch. Seine Hände tasteten über die Schreibtischplatte und erfassten etwas Glattes. Als sich Rowland vor ihm aufbaute, stieß Lance zu. Rowland schrie auf und starrte mit aufgerissen Augen auf die Klinge des Brieföffners, die aus seinem Unterarm ragte. Lance rammte dem Gangster das Knie in den Magen und Rowland krachte zu Boden. Es war beinahe Mittag, als Lance das Haus seines Vaters erreichte. Irgendwie war es ihm gelungen, die Verfolger abzuschütteln, die Thompson ihm auf die Fersen gesetzt hatte. Er parkte den Wagen in der Auffahrt, schlurfte den kiesbestreuten Weg hinauf und öffnete die Haustür. Das Haus war leer. Durch die Ritzen der Jalousien schimmerte Sonnenlicht in schrägen, flirrenden Streifen. Lance trat an die Bar und mixte sich einen Drink. Als er sich umdrehte, sah er in das Gesicht seines Vaters. Er saß da, ein gebrochener alter Mann, in dem nicht mehr Leben zu sein schien als in einer Statue. »Bitte, Vater, versteh mich doch«, flähte Lance. »Ich hatte keine Wahl. Und außerdem, es war doch sowieso sinnlos. Du bist einem Phantom hinterhergejagt. Begreif doch endlich, dass Excalibur nicht dort ist. Es ist nirgendwo.« Professor Bix stand langsam auf. Seine Bewegungen schienen unendlich mühevoll zu sein. Der Alte schlurfte durch den Raum, öffnete eine Schranktür und kam mit einem schmalen, insamt eingeschlagenen Gegenstand zurück. Wortlos hielt er Lance das Paket hin. »Der Taucher hat es heraufgeholt. Zehn Minuten, nachdem du mit dem Boot abgefahren bist.« »Aber das ist unmöglich«, sagte Lance schwach. Er nahm das Schwert beinahe ehrfurchtsvoll in die Hand und spürte das Pulsieren einer geheimnisvollen Kraft. »Es hat dort gelegen, wo ich es vermutet habe«, sagte Bix leise. »Über fünfzehnhundert Jahre lang. Und weder die Zeit noch das Meer haben ihm etwas anhaben können.« »Du musst dich täuschen«, sagte Lance mit zitternder Stimme. »Gib es mir«, sagte Bix. Lance reichte dem Alten das Schwert. Sein Vater nahm es am Griff, drehte sich um und ging auf eine der schweren Marmorbüsten zu. Seine Hand vollführte eine blitzschnelle, halbkreisförmige Bewegung. Excalibur schien sich in einen flirrenden Schatten zu verwandeln. Ein hoher, singender Ton schien plötzlich im Raum zu schweben. Die Marmorbüste zersprang in zwei Teile und fiel zu Boden. Lance starrte fassungslos auf die Bruchstücke. »Bist du jetzt überzeugt?« Bix trat auf seinen Sohn zu und schleuderte ihm das Schwert vor die Füße. »Nimm es und mach es zu Geld!« Lance hob das Schwert vom Boden auf. »Bitte, Vater, du hast dein ganzes Leben lang danach gesucht. Es muss unendlich wertvoll sein.« »Das ist es. Doch es gibt Dinge im Leben, die mehr zählen als Geld, Lance.« »Geld ist aber auch eine feine Sache«, sagte eine Stimme von der Tür her. Lance wirbelte herum. In der offenstehenden Wohnzimmertür stand Thompson, flankiert von Rowland, Cowley und drei weiteren Männern. »Sind das die Männer, die das Geld von dir verlangen?«, fragte Bix. Lance nickte. »Wenn Sie gekommen sind, um die viertausend Pfund einzutreiben, werde ich Ihnen das Geld geben. Wenn Sie mir versprechen, Lance in Zukunft nicht mehr zu belästigen.« Thompson starrte den Professor einen Augenblick lang entgeistert an. Dann begann er schallend zu lachen. »Viertausend waren es, bevor dein Sprössling seine Nummer abgezogen hat. Du musst schon ein wenig tiefer in die Tasche greifen, wenn du ihm eine Schönheitsoperation ersparen willst. Nicht wahr, Rowland?« Rowland nickte und zog ein Klappmesser aus der Tasche. Bix Senior betrachtete Thompson mit einem eisigen Blick. »Wie viel?« Thompson zuckte mit den Schultern. »Sagen wir zehntausend. In bar natürlich. Und sofort.« Bix reckte kampflustig das Kinn vor. »Sie müssen wahnsinnig sein, Mr. Thompson. Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie haben genau eine Minute Zeit, ehe ich die Polizei rufe und Sie festnehmen lasse.« Er ging mit entschlossenen Schritten auf das Telefon zu. Thompson machte eine Geste mit der Linken. Einer der Männer vertrat dem Professor den Weg und schleuderte ihn zu Boden. Lance sah aus den Augenwinkeln, wie Rowland das Messer hochriss. Er sprang beiseite und holte mit Excalibur aus. Irgendetwas geschah. Ein greller Blitz schien von Excaliburs Klinge auf seinen Arm überzuspringen. Er spürte, wie der Griff zu pulsieren begann, als wäre die Waffe auf geheimnisvolle Weise zum Leben erwacht. Ein gellender Schrei dröhnte in seinem Kopf. Das dumpfe Raunen uralter, verbotener Kräfte. Alles war plötzlich rot, wallend und düster. Die Gestalten der Männer verschwammen vor seinen Augen, wurden zu formlosen Klecksen. Dann blitzte es irgendwo im Hintergrund des Zimmers auf. Das dumpfe, rollende Echo eines Pistolenschusses, brach durch das Kreischen in seinem Schädel. Dann traf ihn ein fürchterlicher Schlag vor die Brust und schleuderte ihn zu Boden. Dann nichts mehr. Das Telefon schrillte. Raven starrte verschlafen den Radiowecker an und griff nach dem Telefon. Raven, es ist zwei Uhr ... Zwei Uhr drei, um genau zu sein, erwiderte eine wohlbekannte Stimme. Card, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen Auftrag für Sie. Um zwei Uhr nachts? Zwei Uhr fünf mittlerweile, gab Card zurück. Die Verbrecher haben nun mal gleitende Arbeitszeit. Sind Sie interessiert? Selbstverständlich. Worum geht es? Kann ich am Telefon nicht sagen. Am besten Sie schwingen sich in Ihren Angeberwagen und kommen her. Die Adresse ist 156 Helter Lane. Sie wissen, wo das ist? Sicher. Ich bin in einer halben Stunde dort. Die Entfernung bis zu seinem Wagen legte Raven im Laufschritt zurück. Als er den Schlüssel ins Schloss stecken wollte, stieß er auf ein Hindernis, ein Pfandsiegel, und unter der Windschutzscheibe klemmte ein Zettel. Raven faltete ihn auseinander. Der Text bestand aus vier Worten. Mit freundlichen Grüßen, Hansen. Raven zerknüllte den Zettel und riss mit einer entschlossenen Bewegung das Pfandsiegel vom Türschloss ab. Schließlich hatte er mit Hansen eine Absprache getroffen, und er konnte erwarten, dass auch ein Gerichtsvollzieher zu seinen Worten stand. Die vereinbarte halbe Stunde war noch nicht um, als er vor einer elegant wirkenden Villa in der Helter Lane anhielt. Raven parkte den Maserati demonstrativ unter einem Halteverbotsschild und marschierte auf die Villa zu. Ein halbes Dutzend uniformierter Polizisten wimmelten in der weitläufigen Eingangshalle umher. Auf dem Boden lagen zwei langgestreckte, in weiße Leinentücher gehüllte Menschen. Raven! Card kam von der anderen Seite des Raumes auf ihn zu. Was ist passiert? fragte Raven. Card hob die Schultern. Mord, aber eine ganz besonders scheußliche Art von Mord. Er ging zu einem der weiß verhüllten Körper hinüber und hob das Tuch an. Rowland, erklärte Card. Ein Schläger aus Thompsons Truppe. Thompson? Der Pokerkönig? Card nickte. Der andere dort drüben ist auch einer von Thompsons Leuten. Er stand auf und riss das Tuch ohne Vorwarnung ganz von dem Leichnam herunter. Raven schlug die Hand vor den Mund. Einen Moment lang stand er mit geschlossenen Augen da und kämpfte gegen den aufsteigenden Brechreiz an. Wer, wer war das? Card zog die Decke wieder über den Leichnam. Lancelot Bix, 29 Jahre, Student und Playboy. Im Moment liegt er im Central Hospital auf dem OP-Tisch und ringt mit dem Tod. Und wozu brauchen Sie mich? fragte Raven. Card zögerte. Sehen Sie, Raven, seit unserer Begegnung mit dem Schattenreiter wissen wir beide, dass es nicht nur Dinge gibt, die die Wissenschaft erklären kann. Vom kriminalistischen Standpunkt aus ist der Fall klar. Die Schläger haben Bix und seinen Vater angegriffen und Bix Junior hat sich zur Wehr gesetzt. Sie haben ihn niedergeschossen, aber vorher hat er zwei von ihnen erledigt. Womit? fragte Raven. Er hatte ein Schwert. Card nahm eine in Plastik eingeschlagene Klinge vom Tisch auf. Raven griff nach der Waffe und wog sie prüfend in den Händen. Kennen Sie die Arthussage? fragte Card. Wenn das, was Professor Bix mir erzählt hat, stimmt, dann halten Sie gerade Excalibur in den Händen, Raven. Das Schwert der Macht. Die Klinge, die König Arthus auf den Thron gebracht hat. Bix hat dieses Ding an genau der Stelle aus dem Meer gefischt, an der Excalibur damals versenkt worden sein. Und das ist noch nicht alles. Card nahm Raven die Klinge aus der Hand und bewegte sich zu einer zerbrochenen Marmorstatue. Er führte das Schwert mit der linken. Raven war sicher, dass sich der Inspektor nicht sonderlich anstrengte. Und trotzdem glitt die Klinge so mühelos durch den Marmor, wie ein Messer durch aufgeweichte Butter schneidet. Raven keuchte. Aber das würde bedeuten, dass das wirklich Excalibur ist? Card lächelte flüchtig. Verstehen Sie jetzt, warum ich Sie mitten in der Nacht gerufen habe? Raven nickte. Die Arthussage mit all ihren Verflechtungen, ihren dunklen Weissagungen und Prophezeiungen fiel ihm ein. Und wenn sich ein Teil der Prophezeiungen Merlins bewahrheitet hatte, gab es keinen Grund, warum nicht auch der Rest eintreten sollte. Kann ich mit Professor Bix sprechen? Sie müssen sogar. Was glauben Sie, weshalb ich Sie gerufen habe? Bix Senior lag mit offenen Augen auf seinem Bett, als sie das Schlafzimmer betraten. Card deutete auf Raven. Das ist Mr. Raven, der Detektiv, von dem ich Ihnen erzählt habe. Die Andeutung eines Lächelns huschte über Bix eingefallene Züge. Gut, dass Sie gekommen sind. Sie müssen Lance beschützen. Der Fluch. Was für ein Fluch meinen Sie? fragte Raven. Bix schloss die Augen. Sein Gesicht wirkte so blass wie das eines Toten. Man darf Excalibur niemals zur persönlichen Rache missbrauchen. Seine Kräfte sind ungeheuer mächtig. So lange man sie für eine große Sache einsetzt, wie Arthus es getan hat. Aber wenn man es missbraucht, wie Lance es getan hat, erwachen böse Kräfte, Mr. Raven. Töten Sie den Geist des Schwertes, bevor er erwacht und Unglück über uns alle bringt. Er sank zurück, atmete pfeifend aus und schien auf der Stelle einzuschlafen. Er trieb durch ein dunkles, wisperndes Universum voller Qual. Irgendwo war eine Stimme, die undeutliche Worte murmelte. Worte, die in einer Sprache gesprochen waren, die er nicht verstehen durfte. Und doch verstand. Langsam formte sich in seinem Bewusstsein ein Name. Lancelot. Sein Name. Aber nicht nur sein Name. Es hatte schon einmal jemanden namens Lancelot gegeben. Und es war nicht nur ein Name. Es war ein Ruf. Ein Schrei. Ein Befehl. Er öffnete die Augen. Er war Lancelot Biggs. Aber er war auch jener andere. Dunkle Lance. Lance Dulac. Der treue Diener seines Herrn. So treu, dass er seinem Herrn den Untergang gebracht hatte. Er richtete sich auf. Die Bewegung fiel ihm seltsam leicht. So als führe eine unsichtbare, unerschöpfliche Kraft seine Glieder. Er tastete mit gefühllosen Fingern nach den Nadeln, die in seinen Wehen steckten. Mit einem entschlossenen Ruck sprang er aus dem Bett. Blut und eine gelbe, zähe Flüssigkeit tropften aus den abgerissenen Schläuchen. Aber das störte ihn nicht. Er ging zur Tür, öffnete sie spaltbreit und spähte auf den Korridor hinaus. Der Gang war leer. Lancelot nickte zufrieden und huschte lautlos auf den Flur hinaus. Steve Craddock hasste den Nachtdienst. Er begriff einfach nicht, warum selbst der Asservatenraum 24 Stunden am Tag besetzt sein musste. Die wenigen Dinge, die nach Dienstschluss gebracht wurden, konnten ebenso gut auf dem Schreibtisch irgendeines Inspektors auf den Morgen warten. Craddock stand auf und schlurfte zu einem der Regale hinüber. Vor einer knappen Stunde hatte ihm Card ein neues Stück für seine Sammlung gebracht. Ein schlankes, schimmerndes Schwert, das am nächsten Morgen ins Labor sollte. Craddock betrachtete die Waffe. Als er sich umdrehte, sah er sich einem Mann gegenüber und zuckte zusammen. Der Eindringling trug ein langes, weißes Gewand. Sein Gesicht war unnatürlich blass und blitzende Infusionsnadeln steckten in seinen Armvenen. Aus seinem rechten Ärmel tropfte langsam und gleichmäßig eine dunkle Flüssigkeit. Der Fremde machte einen Schritt und deutete auf das Schwert. Craddock spürte die übermenschliche Kraft, die hinter den Bewegungen des Eindringlings lauerte. Der Fremde stand jetzt am Regal. Seine Finger tasteten nach dem Schwert, erfassten es und begannen, die Plastikverpackung herunterzureißen. »Das, das dürfen Sie nicht!«, kreischte Craddock. Mit einem Mut, der ihn selber am meisten überraschte, sprang er den Fremden an und versuchte, ihn vom Regal wegzureißen. Excalibur gab ein kurzes, klagendes Singen von sich, als Lance zuschlug. Die Klinge schien den Polizeibeamten kaum zu berühren, aber in seiner Jacke klaffte plötzlich ein dünner Riss, der vom Kragen bis zu den Rockschößen reichte. Aber das merkte Craddock schon nicht mehr. »Es ist mir vollkommen egal, ob Sie einen Haftbefehl für Mr. Thompson haben oder nicht«, zischte Cowley aufgebracht. »Ich weiß nicht, wo er ist!« Cradd kochte vor Wut. Am liebsten hätte er diesen Kerl erst einmal für ein paar Tage eingebuchtet. Aber er wusste, dass er sich damit nur Schwierigkeiten einhandeln würde. Solange er Thompson nicht selber hatte, war er machtlos, und der Gangsterboss war untergetaucht. »Gut«, sagte Cradd nach einer Weile. »Ich gehe. Aber ich komme wieder, Cowley!« Er drehte sich auf dem Absatz herum und ging wütend aus dem Raum. Cowley wartete, bis er von draußen das Geräusch des abfahrenden Wagens hörte. Dann lief er die Treppe zu Thompsons Arbeitszimmer hinauf. Er betrat das Büro und wählte mit zitternden Fingern eine Nummer auf dem Telefon. »Card war hier«, berichtete er ohne Einleitung. »Mit einem Haftbefehl. Es sieht so aus, als wäre der Alte am Leben.« »Mist«, sagte Thompson. »Was ist mit dem Jungen?« »Lance?« »Ich glaube, er liegt im Krankenhaus.« Unten im Schankraum ertönte ein dumpfes Poltern. Cowley musterte den Treppenaufgang. »Der Alte muss weg«, sagte Thompson am anderen Ende der Leitung. »Ich schicke einen der Jungs zu dem Alten. Du kümmerst dich inzwischen um Lance.« Wieder ertönte von unten ein dumpfes Poltern. Dann etwas, das sich wie schwere, tapsende Schritte anhörte. Cowleys Hand umklammerte den Griff des 38ers. »Wie stellen Sie sich das vor? Der Knabe liegt im Hospital und...« »Lass dir was einfallen«, unterbrach ihn Thompson grob. Es klickte im Hörer, als Thompson auflegte. Cowley ging zur Tür und spähte misstrauisch nach unten. Es war nichts mehr zu hören. Er ließ den Hahn des 38ers zurückschnappen und schlich auf Zehenspitzen die Treppe herunter. Der Raum war leer, aber verändert. Auf dem Tisch neben dem Eingang hatte eine halbvolle Flasche gestanden. Jetzt lag sie zerbrochen am Boden. Jemand war hier gewesen, als er oben mit Thompson telefoniert hatte. Seine Augen huschten über den Boden. Neben der Whiskyflasche entdeckte er eine dunkle Flüssigkeit. Blut. Der Kerl musste sich an der zerbrochenen Flasche geschnitten haben. Die Blutspur führte um die Theke herum und verschwand schließlich hinter einer Tapetentür. Cowley wusste, dass sich dahinter nur ein enger Vorratsraum befand, der so vollgestopft war, dass jemand, der sich darin verbarg, praktisch mit der Nase an der Tür stehen musste. Cowley hob den Revolver und drückte dreimal hintereinander ab. Das war's wohl, Freundchen. Er ging mit raschen Schritten zur Tür hinüber und riss die Tür auf. Irgendetwas Helles, Silbernes schien ihn anzuspringen. Er schrie auf und taumelte zurück. Blut lief über seine Brust. Lance! Der Mann, der einmal Lance gewesen war, kam näher. Unaufhaltsam. Raven erwachte von einem schrillenden Telefon. Ja? Mr. Raven, hier spricht Hanson. Sie erinnern sich? Natürlich, knurrte Raven. Seine Laune sank um einige weitere gerade. Ich bin heute Morgen auf dem Weg zum Büro zufällig an Ihrem Haus vorbeigekommen. Ihr Wagen stand nicht mehr da, wo ich ihn gestern gesehen habe. Siegelbruch ist ein strafbarer Akt, Mr. Raven. Wir hatten eine Abmachung, Mr. Hanson. Sie haben versprochen, mir 48 Stunden Zeit zu geben. Anscheinend liegt hier ein Missverständnis vor. Sehen Sie, den Wagen habe ich im Auftrag der Bank beschlagnahmt. Es steht da eine Summe von 1623 Pfund Sterling offen. Mir blieb leider keine andere Wahl, als Ihren Wagen als Pfand zu nehmen. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Und ob ich es Ihnen übel nehme, knurrte Raven. Nun, sagte Hanson nach einer kurzen Pause, von meiner Sicht aus ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Sie Ihren Wagen bis zum Versteigerungstermin noch fahren. Aber wenn er beschädigt wird, handeln Sie sich erhebliche Schwierigkeiten ein. Hanson legte auf und Raven ging schlecht gelaunt ins Badezimmer. Er verließ das Haus, kaufte sich die Morgenzeitung und schlenderte zu dem Kaffee hinüber, in dem er jeden Morgen zu Frühstücken pflegte. Er bestellte einen Kaffee und faltete die Zeitung auseinander. Die Schlagzeile traf ihn wie ein Hammerschlag. Mord im Scotland Yard Unter dem Artikel prangte eine zweite Schlagzeile. Unerklärlicher Leichenfund im Hospital. Raven überflog hastig den Artikel, der sich mit dem Zwischenfall im Yard befasste. Nach allem, was er aus der Meldung herauslas, war während der vergangenen Nacht ein unbekannter Täter in den Asservatenraum des Yard eingedrungen, hatte den Nachtwächter erschlagen und war unerkannt entkommen. Raven konnte sich eines unangenehmen Gefühles nicht erwehren, während er den Artikel las. Der Nachtwächter war offensichtlich mit einem Schwert ermordet worden. Der bestellte Kaffee kam. Raven nippte vorsichtig an dem heißen Getränk und verschluckte sich beinahe, als er den zweiten Artikel las. Carl Lancelot Biggs, der Sohn des bekannten Londoner Archäologen Professor Jacob Biggs, der am Vortage mit schweren Schussverletzungen in die Klinik eingeliefert worden war, war verschwunden. Dafür fand die entsetzte Nachtschwester den Leichnam eines etwa 45-jährigen Mannes. Nach Aussagen des Arztes war Biggs keinesfalls in der Lage, sein Krankenzimmer aus eigener Kraft zu verlassen. Unbekannte Täter müssen in das Hospital eingedrungen sein, um Biggs zu entführen und statt seiner den Leichnam zu hinterlassen. Raven hatte genug gelesen. Er eilte zur Telefonzelle an der rückwärtigen Wand des Cafés und wählte die Nummer von Scotland Yard. Summers? Inspektor Card, bitte. Ist nicht da. Er ist zu Professor Biggs hinausgefahren, aber... Raven hängte den Hörer ein. Er wusste plötzlich, was der unbekannte Täter im Asservatenraum von Scotland Yard gesucht hatte. Er wusste auch, wie Lance aus der Intensivstation verschwunden war und wie der unbekannte Leichnam dort hingekommen war. Aber das würde ihm niemand glauben. Frederick Garrett schob die Tür lautlos hinter sich ins Schloss. Das Haus war ruhig. Die Krankenschwester, die sich um den Alten kümmerte, war vor wenigen Augenblicken aus dem Haus gegangen, um irgendetwas zu besorgen. Garrett schlich geduckt durch den Vorraum und nahm die Treppe in Angriff. Sie knarrte unter seinem Gewicht. Er drückte die Klinke herunter und huschte lautlos ins Zimmer. Biggs lag in einem überdimensionalen Himmelbett und schien zu schlafen. Ein alter, verbrauchter Mann mit eingefallenen Gesichtszügen. Garrett zog den Hahn des 45ers zurück. Der Professor öffnete die Augen. Was... was wollen Sie? Thompson schickt mich. Garrett hob die Waffe und richtete sie auf Biggs Kopf. Tut mir leid, aber Mr. Thompson kann es leider nicht riskieren, deine Aussage gegen sich zu haben. Ein berstender Schlag schien den Raum in seinen Grundfesten zu erschüttern. Garrett wirbelte herum und sah, wie die massive Eichentür von einer ungeheuren Gewalt aus dem Rahmen gerissen wurde. Unter der Tür erschien eine grauenhafte Erscheinung. Die Klinge in ihrer Hand funkelte. Ein hoher, singender Ton lag plötzlich in der Luft. Biggs richtete sich entsetzt in seinem Bett auf. »Lance! Wirf das Schwert fort! Du... du bringst nur Unglück über dich und andere!« Aber Lance ging langsam auf Garrett zu. Excaliburs Singen verstärkte sich. Biggs stemmte sich unter Aufbietung aller Kraft hoch und stand auf. Er taumelte auf seinen Sohn zu und krallte sich an seinem Arm fest. Garrett begriff seine Chance. Er riss den Revolver hoch und drückte zweimal hintereinander ab. Aber Lancelot tauchte blitzschnell zur Seite weg, schleuderte seinen Vater aufs Bett und stieß gleichzeitig mit der Rechten zu. Auf Garretts Gesicht erschien ein ungläubiger Ausdruck, während er die Hände um den Hals verkrampfte. Zwischen seinen Fingern sickerte Blut hervor. Er war tot, noch bevor er auf dem Boden aufschlug. Lancelot ging mit raschen Schritten zum Bett hinüber. Sein Vater hatte die Augen weit geöffnet. »Lance! Excalibur wird dich vernichten!« Er hustete qualvoll und tastete nach seiner Brust. Auf der rechten Schulter seines Pyjamas breitete sich langsam ein dunkler, rotglänzender Fleck aus. Einer der Schüsse musste ihn getroffen haben. Lancelot richtete sich auf. In seinen Augen flammte ein unstillbares Feuer. Raven drückte auf den Klingelknopf. »Sie wollen zu Professor Bix?« sagte eine Frauenstimme hinter ihm. Raven drehte sich um und erblickte eine junge Frau. Sie trug eine weiße Schwesternhaube. »Eigentlich suche ich Inspektor Card. Man sagte mir, dass er hier ist.« Die Schwester runzelte die Stirn. »Er war hier, zusammen mit einer Menge Polizisten. Sie haben den armen Professor ganz aufgeregt.« »Wie geht es ihm?« erkundigte sich Raven. Die Schwester streifte ihren Mantel ab und warf ihn über einen Stuhl. »Er hat einen Schock, aber er wird sich in ein paar Tagen erholen, hoffe ich. Ich werde nachsehen, ob er wach ist.« Sie drückte Raven ihren Einkaufskorb in die Hand und verschwand nach oben. Augenblicke später erscholl vom oberen Ende der Treppe ein markerschütternder Schrei. Raven rannte immer drei Stufen auf einmal nehmend ins Obergeschoss. Die Schwester stand vor der offenen Schlafzimmertür des Professors. Raven sprang mit einem Satz an ihr vorbei in den Raum, riss im Fallen seine Pistole aus der Jackentasche und kam mit einer perfekten Judo-Rolle wieder auf die Füße. Der Raum war vollkommen verwüstet. Die schwere Eichentür schien quer durch das Zimmer geschleudert worden zu sein. Das Fenster war zertrümmert, überall lagen Glasscherben und Splitter herum. Und unter dem Fenster lag ein Toter. Raven brauchte ihn nicht zu untersuchen, um zu sehen, dass hier jede Hilfe zu spät kam. Ein leises, schmerzhaftes Stöhnen ließ ihn aufsehen. »Bix, verdammt!« Er sprang hoch und beugte sich besorgt über den alten Mann. Bix stöhnte erneut. Seine Hände verkrallten sich in Ravens Arm. Er bewegte mühsam die Lippen. »Nicht reden, Professor. Das strengt Sie zu sehr an. Geben Sie... Buch... auf der... Nachtkonsole.« Raven erkannte den Band, den Bix meinte. »Dieses hier?« Bix nickte. »Die Seite ist markiert.« Seine Stimme klang jetzt fester, als raffe er noch einmal alle Kraft zusammen. »Sie müssen mir etwas versprechen. Sie müssen Lance finden. Er hat Excalibur zum Leben erweckt. Aber er trägt keine Schuld. Ich bin schuld. Ich habe gewusst, wie gefährlich das Schwert ist. Hören Sie genau zu, Raven. Sie finden auf der Seite zwei Beschwörungsformeln. Die untere band den Geist des Schwertes. Wenn Sie Lance gefunden haben, sagen Sie sie laut und deutlich auf. Excalibur wird dann in sein steinernes Grab zurücksinken. Aber Sie... Sie dürfen die Formel nicht verwechseln. Die andere Formel kann unendliches Grauen heraufbeschwören. Merken Sie es sich. Die untere ist die richtige. Und wenn Sie es geschafft haben, dann vernichten Sie das Buch. Es gibt nur dieses eine Exemplar. Und es enthält Wissen, das die ganze Menschheit in Gefahr bringen kann, wenn es in falsche Hände gerät. Er sank kraftlos zurück. Raven tastete hastig nach seinem Puls. Zumindest lebte er noch. Wie spät ist es? Fragte Thompson. Vier Minuten vor zehn, entgegnete Sue. Du bist ganz schön nervös, wie? Thompson warf ihr einen giftigen Blick zu und drehte sich um. Aber Sue ließ sich nicht davon beeindrucken. Sie war seit Jahren mit dem Gangsterboss zusammen und sie wusste genau, wie weit sie gehen konnte. Im Augenblick brauchte Thompson sie. Von all seinen Bekannten besaß sie die einzige Wohnung, die der Polizei noch nicht bekannt war. Es klopfte. Es war Benders, einer der Gangster, die Thompson zu seinem Besuch bei Biggs mitgenommen hatte. Es ist schiefgegangen, Boss. Garrett hat's erwischt. Thompson wurde blass. Was? Verdammt! Erst Rowland und Cowley und jetzt Garrett. Dieser Lance scheint eine Vorliebe für Messer zu haben. Besser, du begegnest ihm nicht im Dunkeln, sagte Sue. Thompson starrte wütend zu Boden. Die Sache wird mir zu heiß. Wir verschwinden aus der Stadt, so wie es dunkel geworden ist. Steve soll zwei Wagen besorgen. Benders nickte und stürmte aus dem Zimmer. Raven starrte dem Krankenwagen nach, bis das Wimmern der Sirene im Straßenlärm versank. Es kostete ihn erhebliche Überwindung, noch einmal in das verwüstete Zimmer zu gehen, aber er musste Gewissheit haben. Die Lage des Toten war verändert. Wahrscheinlich hatte der Arzt ihn flüchtig untersucht, ehe er sich um Biggs gekümmert hatte. Raven öffnete sein Jackett und durchsuchte hastig seine Taschen. Aber natürlich waren keine Papiere da. Der Mann war ein Profi. Raven ging zum Nachtschrank hinüber und nahm das Buch mit den angeblichen Beschwörungsformeln an sich. Sein Umgang mit Büchern beschränkte sich normalerweise auf das Telefonbuch. Aber selbst er erkannte, dass das Buch ungeheuer alt sein musste. Es war aus altem, brüchigem Pergament und in kunstvoll verziertes Schweinsleder gebunden. Raven klappte es auf und versuchte, die kleinen Buchstaben zu entziffern. Wenn die Sprache, in der das Buch abgefasst war, Englisch sein sollte, dann ein so altes Englisch, dass es mit der Sprache, die jetzt gesprochen wurde, nichts mehr gemein hatte. Er blätterte weiter, schlug schließlich die von Biggs bezeichnete Stelle auf und betrachtete nachdenklich die beiden Beschwörungsformeln. Was hatte Biggs gesagt? Wenn sie die falsche Formel benutzen, beschwören sie unendliches Grauen herauf. Von irgendwoher drang Licht, trübes, flackerndes Licht, das durch die Ritzen der morschen Brettertür sickerte und den feuchten Steinboden mit fahlgelber Helligkeit überzog. Schwerer, durchdringender Modergeruch hing in der Luft. Die Gestalt stand reglos inmitten des kleinen, würfelförmigen Raumes. Früher, vor 15 Jahren vielleicht, hätte der Raum zu dem Untergrundbahnsystem gehört, das London wie ein endloses Labyrinth durchzog. Die Linie war stillgelegt worden und die Züge fuhren jetzt auf einer moderneren Trasse einige Dutzend Yards tiefer unter der Erde. Lance bewegte sich unruhig. Auf seiner Stirn perlte Schweiß und sein Gesicht zuckte wie unter einem inneren, stummen Kampf. Seine Lippen formten lautlose Worte, die seit Tausenden von Jahren nicht mehr gesprochen worden waren. Das Schwert in seinen Händen begann zu glühen, bis der Glanz der silbernen Klinge den winzigen Raum wie das Feuer einer gefangenen Sonne auszufüllen schien. Tanzende Schemen begannen sich in das Gleisen zu mischen. Lance stöhnte. Sein Gesicht zeigte die Spuren der unmenschlichen Konzentration, die er aufbrachte. Allmählich begannen sich Bilder aus dem Schatten zu schälen. Eine Gestalt. Ein Gesicht. Thompson. Das Bild wechselte. Lance erkannte ein hohes, elegantes Apartmenthaus, einen Straßenzug. Dann, von einer Sekunde zur anderen, erlosch das grelle Licht und mit ihm verwehten die Schatten und die Bilder, die Lance erblickt hatte. Aber er hatte genug gesehen. Langsam, mit steifen Bewegungen, setzte er einen Fuß vor den anderen und verließ sein Versteck. Verdammte Sauerei, knurrte Card. Er deutete mit einer Kopfbewegung auf den Toten. Kennen Sie den Kerl? Nein. Garrett, ein übler Bursche. Ungefähr 500 Festnahmen wegen Mordverdacht. Aber wir konnten ihm nie was beweisen. Ich fresse meinen Mantel, wenn Thompson nicht dahinter steckt. Wenn Biggs stirbt, haben wir praktisch keine Handhabe gegen ihn. Er steckte sich eine Zigarette an. Aber ich habe eine angenehme Neuigkeit für Sie. Scotland Yard hat eine Belohnung für die Ergreifung des Unbekannten ausgesetzt, der Craddock ermordet hat. Craddock? Der Mann, der das Pech hatte, auf Excalibur aufpassen zu müssen. 3000 Pfund, Raven. Reizt Sie das nicht? Raven zog die Brauen zusammen. Seit wann ist Scotland Yard so freigebig? Wir schätzen es nicht, wenn man unsere Untergrundbahn. Die ersten Trassen lagen nur wenige Jahrs unter dem Niveau der Kanalisation. Aber sie wurden schnell wieder stillgelegt. Es kam zu oft zu Wassereinbrüchen. Das System wurde verschlossen, aber es gibt immer noch Zugänge, wie diesen hier. Und wieso glauben Sie, er käme hier nicht raus? Weil die Hauptgänge versiegelt sind. Kommen Sie, Raven! Cradd schwang seine Taschenlampe und verschwand in der Tiefe. Der Stollen machte dann einen scharfen Knick und endete in einer hohen, halbrunden Höhle. Und an der gegenüberliegenden Wand stand Lance. Sie hätten nicht kommen sollen, Inspektor Cradd, sagte er leise. Und Sie auch nicht, Raven. Woher wissen Sie unseren Namen? Lance lächelte. Ich weiß vieles. Manchmal beinahe zu viel. Cradd zog seinen Revolver hervor. Und ich weiß, wie schnell Sie mit dem Ding da sind, sagte er mit einer nervösen Geste auf Excalibur. Deshalb werfen Sie es lieber weg. Lancelot lachte und trat einen Schritt auf Cradd zu. Bleiben Sie stehen, Lancelot, warnte Cradd. Legen Sie das Schwert beiseite, Sie sind verhaftet. Niemand verhaftet Lancelot du Lac, Inspektor. Niemand. Und jetzt? Sterb! Beim letzten Wort sprang er vor und holte zu einem Hieb aus. Aber er hatte Cradd unterschätzt. Der Inspektor duckte sich, sprang unter der zustoßenden Klinge hindurch und stieß Lance die Schulter vor die Brust. Lance prallte gegen die Wand. Seine Augen flammten. Er führte einen gemeinen Schlag gegen Cradd's Beine. Aber er hatte Raven vergessen. Der Privatdetektiv sprang auf den Weißgekleideten zu, stieß ihm den Fuß in die Kniekehlen. Lancelot schrie auf, brach in die Knie. Sein Gesicht verzerrte sich vor Schmerz und Wut. Ich werde euch töten, so wie ich alle meine Feinde getötet habe. Niemand soll es wagen, sich gegen Lancelot zu stellen. Die Worte hatten einen seltsam falschen Klang in Ravens Kopf. Was hatte Lance gesagt? Niemand verhaftete Lancelot du Lac. Sir, Lancelot, flüsterte Raven. Lancelot vom See. Lance erstarrte. Excalibur, zum letzten vernichtenden Schlag erhoben, schien mitten in der Bewegung einzufrieren. Und plötzlich begriff Raven. Sie, sie sind nicht Lancelot Biggs. Sie sind Sir Lancelot, der, der letzte Ritter der Tafelrunde, nickte Lance. Auf seinem Gesicht erschien ein seltsamer, trauriger Ausdruck. Ja, Lance, dieser andere Lance, öffnete mir das Tor aus dem Schattenreich, als er Excalibur missbrauchte, um seiner persönlichen Rache Genüge zu tun. So wie sie? fragte Raven scharf. Er hat Excalibur missbraucht, um zu morden, so wie du, Lancelot. Du hast das englische Reich schon einmal vernichtet, Lancelot. Du hast schon einmal Jahrhunderte der Finsternis heraufbeschworen. Willst du, dass sich Excaliburs Fluch endgültig erfüllt? Lance brüllte wie unter Schmerzen auf. Töte uns, sagte Raven eindringlich, aber dann tötest du England. Diesmal vielleicht endgültig. Für die Dauer eines Herzschlags schien die hochgewachsene Gestalt des wiederauferstandenen Ritters zu erstarren. Dann stieß er ein hohes, klagendes Wimmern aus, holte aus und rammte Excalibur bis ans Heft in den Boden. Es gab ein Geräusch, als würde eine riesenhafte Glocke in tausend Stücke zerspringen. Dann Stille. Lancelot war verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. Nur der Schwertgriff ragte noch aus dem Boden. Cart blinzelte verblüfft und ging zögernd auf die Stelle zu, an der Lancelot zuvor noch gestanden hatte. Er versuchte, das Schwert zu bewegen. Sinnlos, sagte Raven leise. Excalibur ist in sein steinernes Grab zurückgekehrt. Cart sah verblüfft auf. Woher wussten sie, dass Lance sie nicht in Stücke schlägt, wenn sie versuchen, mit ihm zu reden? Raven grinste. Es gibt eben noch echte Patrioten, auch unter den Geistern. Das Geräusch der Wohnungstür weckte ihn. Raven blinzelte, öffnete die Augen und versuchte, so etwas wie ein Lächeln auf sein Gesicht zu zaubern, als er Janice erkannte. Hallo Schatz, sagte er schlaftrunken. Du bist schon zurück? Janice antwortete nicht, aber ihr Gesicht war ein einziges Fragezeichen. Bist du neuerdings unter die Schlammmolche gegangen? Raven richtete sich mühsam auf. Von der Wohnungstür führte eine breite, eingetrocknete Dreckspur bis zu dem Sessel, in dem er eingeschlafen war. Ach das! Raven rang nervös mit den Händen. Wie geht es deiner Erbtante? Tante Margaret? Gut, sie hatte nur ein wenig Fieber, sie erholt sich bereits wieder. Ach, das freut mich. Heuchler! Also, was war los? Das Geräusch der Türglocke rettete ihn davor, weitersprechen zu müssen. Auf dem Korridor stand Card und er sah auch nicht besser aus als Raven. Janice lächelte. Kommen Sie rein, Inspektor. Ich wusste nicht, dass Sie im selben Club sind wie er. Card sah Raven an. Ich weiß zwar nicht, was Ihre reizende Assistentin meint, aber ich glaube, ich habe hier etwas für Sie. Die versprochene Belohnung für die Ergreifung von Credox' Mörder. Raven griff mit zitternden Händen nach dem Umschlag. Dreitausend Pfund! Inspektor! Sie sind ein Engel! Das finde ich auch, sagte eine Stimme hinter seinem Rücken. Eine schmale Hand griff über seine Schulter und nahm ihm den Scheck aus den Fingern. Raven fuhr herum. Hanson! Ganz recht. Genau die Summe, die Sie im Moment dringend brauchen, grinste er. Hier! Ich gebe Ihnen eine Quittung. Sie hörten Raven Teil 2 Das Schwert des Bösen von Wolfgang Hohlmann Gelesen von David Nathan Eine Produktion von Lüber Audio 2006 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Raven, Teil 3, Die Rache der Schattenreiter, von Wolfgang Hohlwein. Es liest David Nathan. Irgendetwas stimmte nicht. Äußerlich hatte sich nichts verändert, seit der Trupp seine Stellung am westlichen Flussufer bezogen hatte. Die Sonne war vor Stunden untergegangen, aber die Wüste erstreckte sich noch immer reglos bis zum Horizont. Und doch war etwas geschehen. Etwas, das Charbadan zwar nicht sehen, aber dafür umso deutlicher spüren konnte. Eine unterdrückte, fiebrige Spannung hatte von ihm Besitz ergriffen. Irgendetwas würde geschehen. Er spürte es. Vielleicht würde es seine Nerven beruhigen, wenn er aufstand und eine Runde um das Lager machte. Trotz des Krieges waren sie hier sicher. Am Nachmittag hatten sie zwei Kampfjets gesehen, aber die Piloten dort oben hatten sich nicht um den Haufen müder Soldaten und den schrottreifen Panzer gekümmert. Charbadan dachte oft über den Krieg nach. Er war Soldat mit Leib und Seele und trotzdem hasste er diesen Krieg. Er stand auf, reckte sich und stieg von dem Felsblock hinunter, den er als Aussichtsposten benutzt hatte. Das Lager lag eingekeilt zwischen zwei Berghängen am Ufer des Chad el Arab. Vor Charbadans innerem Auge entstand für einen kurzen Moment eine Vision. Er sah Reiterhorden, Männer auf Pferden und Kamelen, die in einem glanzvollen Zug nach Osten ritten, um den Feind zu schlagen. Aber die Vision verging rasch wieder und mit ihr verging das kurzlebige Hochgefühl, das sich in ihm ausgebreitet hatte. Sein Blick wanderte zum Lager hinüber. Die Männer schliefen rund um das niedergebrannte Feuer. Hinter ihnen hockte ein riesiger Panzer. Dieser Panzer symbolisierte alles, was Charbadan an der modernen Art, Krieg zu führen, hasste. Er war ein Ungeheuer aus Stahl und Kraft, das den Krieg auf eine Ebene hob, in der die Technik tonangebend war und in der der Mann nichts mehr galt. Er hängte sich eine MP über die Schulter und begann seinen Rundgang um das Lager. Eine der dunklen Gestalten um das Lagerfeuer regte sich, als Charbadan an ihr vorüberging. Schlaf weiter, flüsterte er. Du hast noch Zeit. Sabit zog seinen Arm aus dem Schlafsack hervor und sah auf die Uhr. Du lügst. Ich hätte dich schon vor anderthalb Stunden ablösen sollen. Charbadan zuckte mit den Schultern. Ich kann sowieso nicht schlafen. Sabit stand trotzdem auf. Du spürst es auch, nicht? Charbadan nickte überrascht. Du auch? Ich bin unruhig, wenn du das meinst. Und ich habe Angst. Sabit lachte nervös. Charbadan musterte ihn einen Augenblick lang. Es wird Zeit, dass wir Urlaub machen. Wir sind seit drei Monaten unterwegs. Sabit schüttelte nachdenklich den Kopf. Das ist es nicht. Es ist die Gegend hier. Wir sollten hier nicht sein. Man erzählt sich sonderbare Dinge über diese Berge. Früher einmal soll hier eine Räuberburg gewesen sein. Und angeblich treiben die Geister der Ermordeten noch immer ihr Unwesen in den Hügeln. Außerdem... Der Berg hinter ihm flog auseinander. Ein ungeheurer, dröhnender Schlag ließ die Wüste erzittern. Charbadan wurde von der Druckwelle von den Füßen gerissen. Vor seinen ungläubig aufgerissenen Augen barst die massive Felswand auseinander und überschüttete das Lager mit einem Hagel von Steinen und Felstrümmern. Eine riesige Staubwolke erhob sich vom Fuß des Berges. Charbadan kam hustend auf die Beine. Sein Blick hing an der riesigen, gezackten Öffnung, die in der Bergflanke entstanden war. Seine Form erinnerte Charbadan an ein gierig aufgerissenes Maul. Hinter der gezackten Öffnung war ein sanftes, dunkelrotes Glühen entstanden, so als spiegelte sich der Widerschein eines unterirdischen Höllenfeuers an den Wänden. Einer der Männer tauchte schwer atmend neben ihm auf. Was ist los, Kommandant? Ein Überfall? Charbadan schüttelte den Kopf. Er spürte, dass dies nur der Auftakt war, dass irgendetwas Schreckliches geschehen würde. Hinter ihm erwachte der Panzermotor zu dröhnendem Leben. »Diese Narren«, wimmerte Sabit, »sie denken, der Feind käme, sie...« Der Rest des Satzes ging in einem entsetzten, vielstimmigen Aufschrei unter. In der Höhlenöffnung erschien eine riesige, grotesk verzerrte Gestalt. Zuerst hatte Charbadan den Eindruck, eine monströse Kreuzung zwischen Mensch und Ungeheuer zu erblicken. Dann bewegte sich die Gestalt, und Charbadan sah, dass es sich um einen Reiter handelte. Er schrie entsetzt auf. Das, was er dort sah, war nichts als ein Schatten. Ein gigantischer, körperloser Schatten, der reglos in der Höhlenöffnung stand und die Männer aus unsichtbaren Augen anstarrte. Sabit keuchte entsetzt. Die Schattenreiter. »Niemand schießt ohne meinen ausdrücklichen Befehl«, brüllte Charbadan. Er blickte wieder zu der Höhlenöffnung hinauf. Das Bild hatte sich verändert. Neben dem Reiter war eine zweite Gestalt aufgetaucht. Sie kam nicht etwa aus dem Hintergrund der Höhle oder aus einem Loch im Boden. Sie erschien. Charbadan ächzte. Sein Verstand sagte ihm, dass das, was er da sah, vollkommen unmöglich war. Aber seine Augen signalisierten ihm das Gegenteil. Schließlich, nach einer Ewigkeit, in der die Zeit erstarrt zu sein schien, standen zwölf gigantische schwarze Schatten in dem Höhleneingang. Einer der Männer verlor die Nerven und begann zu schießen. Charbadan wirbelte herum und trat dem Mann die Waffe aus der Hand. Aber seine Reaktion kam zu spät. Ein kurzer, abgehackter Feuerstoß peitschte zur Höhle hinauf und zerriss die Stille. Und dann brach die Hölle los. Die Felsen rings um den Höhleneingang schienen unter der Wucht des Feuerschlags zu zerbersten. Jemand warf eine Granate. Schwarzer, fettiger Rauch versperrte für einen Augenblick die Sicht. Irgendwo neben dem Höhleneingang begann etwas zu brennen. Und inmitten dieses Chaos standen die Schattenreiter. Ungerührt. Unverwundbar. Und drohend. Dann setzten sich die Reiter in Bewegung. Langsam lenkten sie ihre Tiere den abschüssigen Hang herunter und näherten sich den Soldaten. Rückzug! brüllte Charbadan. Die Männer stellten das Feuer ein, liefen zum Flussufer hinunter oder sprangen auf den Panzer, der sich schwerfällig in Bewegung setzte. Aber sie waren zu langsam. Der vorderste Schattenreiter stieß einen markerschütternden Kampfschrei aus, riss seinen Krummsäbel aus der Scheide und preschte los. Die Höllenreiter drangen schwer schwingend und schreiend auf die Soldaten ein. Ausgeburten der Hölle. Fleisch gewordener Albtraum, der durch nichts aufzuhalten war. Charbadan tastete blind um sich, bekam seine MP zu fassen und richtete sich stöhnend auf. Drei, vier Soldaten lagen bereits reglos im Sand, die anderen versuchten verzweifelt, den tödlichen Schatten zu entkommen. Sie hatten keine Chance. Der ganze Spuk war in weniger als fünf Minuten vorbei. Charbadan begriff plötzlich, dass er der letzte Überlebende war. Er ließ sein Gewehr fallen, drehte sich um und ging mit erzwungenen, ruhigen Schritten zum Lagerplatz zurück. Die Unheimlichen bildeten ein stummes, drohendes Spalier zu beiden Seiten. Er versuchte, Einzelheiten zu erkennen, aber sie waren auch aus der Nähe nur gesichtslose Schatten. »Du hast Mut, Sterbliche«, dröhnte eine Stimme in seinem Kopf. »Warum habt ihr das getan?«, krächzte Charbadan mühsam. »Es war sinnloser Mord.« »Ein raues, humorloses Lachen«, antwortete ihm. »Du sprichst von Dingen, die du nicht verstehst, Charbadan.« »Ihr kennt meinen Namen.« Einer der Reiter näherte sich, Charbadan. »Wir wissen alles. Wir sind gekommen, um dich zu holen.« Der Reiter zog seinen Säbel aus der Scheide und warf ihn Charbadan vor die Füße. »Wir sind gekommen, um Rache zu üben«, dröhnte seine Stimme. »Ein Sterblicher wie du hat es gewagt, einen von uns zu töten, und ein Sterblicher wird es sein, durch den wir Rache üben.« Charbadan wich unwillkürlich einen Schritt zurück. »Aber was hab ich damit zu tun?« Der Gigant lachte dröhnend. »Ich will dir ein Geheimnis verraten, Charbadan.« »Ein Geheimnis, das außer uns nur der Meister kennt und das nie ein Sterblicher erfahren darf.« Er beugte sich leicht im Sattel vor. »Der Bund der Dreizehn ist zerbrochen. Wir sind stark, solange wir dreizehn sind. Einzeln sind wir nichts, aber gemeinsam sind wir unschlagbar. Du wirst es sein, der die magische Zahl wiederherstellt.« »Ich?« fragte Charbadan verblüfft. »Du hast die Wahl, Charbadan. Wir haben dich gewählt, weil wir deine Wünsche und Gedanken kennen. Du gehörst nicht in diese Zeit. Deine Zeit ist die unsere. Komm zu uns.« Charbadan stöhnte entsetzt auf. Die Situation kam ihm vollkommen unwirklich und verrückt vor. Er musste träumen. Eindringlich sagte der Schattenreiter, »Du träumst nicht, Charbadan. Dein Leben ist verwirkt, aber du kannst zu uns kommen. Wähle.« Der Schattenreiter glitt aus dem Sattel, zog einen weiteren Säbel unter seinem Umhang hervor und baute sich vor ihm auf. Mit dem riesigen, gehörnten Helm auf dem Kopf überragte er den Iraki um fast einen Meter. Charbadan griff wie unter einem inneren Zwang nach dem Säbel zu seinen Füßen. Die Waffe fühlte sich schwer und kalt in seiner Hand an, aber auch vertraut und stark. Ein hässliches Lachen verzerrte die Gesichtszüge des Schattenreiters. Dann griff er an. Charbadan parierte den ersten Schlag instinktiv. Die Klingen trafen funkensprühend aufeinander, rutschten ab und schnitten mit hässlichem Pfeifen durch die Luft. Charbadan sprang zurück, duckte sich und hackte nach den Füßen des Angreifers. Der Schattenreiter sprang hoch, schlug Charbadan's Säbel zur Seite und brachte ihn mit einem heimtückischen Tritt zu Fall. Charbadan rollte sich blitzschnell herum. Eine seltsame, prickelnde Erregung machte sich in ihm breit. Er hatte überhaupt keine Angst. Alles in ihm fieberte danach, den anderen zu töten. Der Schattenreiter lachte schrill. Ja, Charbadan, kämpfe, töte mich. Du bist schon einer der unseren, auch wenn du es noch nicht weißt. Er drang wieder auf Charbadan ein, aber Charbadan spürte, wie irgendetwas in ihm zu bösem, mörderischem Leben erwachte. Er schlug zu, parierte, wich zurück und griff seinerseits an. Schließlich, nach Stunden, hörte es auf. Der Schattenreiter wich überraschend zur Seite aus, ließ Charbadan an sich vorbeistolpern und rammte ihm den Säbel in den Rücken. Der Schlag schleuderte Charbadan zu Boden. Eine Stimme wisperte in seinem Kopf. Komm, Charbadan, komm zu uns. Charbadan erhob sich. Er sah plötzlich seinen eigenen Körper, der im Sand verblutete. Aber er spürte auch, wie er selbst aufstand und langsam zu den Schattenreitern hinüberging. Einer der Reiter machte eine stumme, befehlende Geste und in der Höhlenöffnung am Berg erschien ein reiterloses Pferd. Steig auf! Er gehorchte. Die Gruppe setzte sich in Bewegung, die Pferdehufe hämmerten auf dem Boden und erzeugten ein geisterhaftes Echo zwischen den aufragenden Felsen. Dann kehrte wieder Ruhe ein. Aber diesmal war es das Schweigen des Todes. Trotz der bereits fortgeschrittenen Jahreszeit waren die Abende noch warm. Ein böiger Wind wehte über den Strand und versuchte vergeblich durch die schützenden Regenjacken zu dringen, in die Raven und Janice sich gehüllt hatten. Eigentlich schade, dass wir morgen schon zurück müssen, murmelte Janice. Sie kuschelte sich eng an seine Schulter und seufzte. Können wir nicht noch eine Woche dranhängen? Raven schüttelte den Kopf. Er hatte keine Lust, jetzt schon wieder an Zuhause zu denken. Es war ihr erster gemeinsamer Urlaub. Der erste Urlaub, den er überhaupt machte, seit er seine kleine Privatdetektei in London eröffnet hatte. Und er hatte absolut keine Lust, ihn sich durch Gedanken an Arbeit verderben zu lassen. Wenn du willst, bezahle ich die Anschlusswoche, sagte Janice sanft. Raven schüttelte den Kopf. Janice wusste genau, dass er von ihr kein Geld annahm. Die Tatsache, dass sie quasi umsonst für ihn arbeitete, störte ihn schon genug. Raven war in dieser Beziehung altmodisch. Es geht gar nicht um die Woche, für die wir bezahlen müssen. Aber ich muss langsam wieder arbeiten. Janice antwortete nicht. Raven stand auf und sagt, Es wird dunkel. Gehen wir zur Pension zurück. Sie überquerten den Strand, gingen die Dünen empor und traten auf die Straße. Die Pension lag nur wenige hundert Schritte entfernt. Ein kleiner Bau im Stil des siebzehnten Jahrhunderts, der nur vier oder fünf Fremdenzimmer hatte. Der Aufenthaltsraum im Erdgeschoss war leer, als sie die Pension betraten. Im Kamin brannte ein flackerndes Feuer. Raven ließ sich in einen Sessel fallen. Janice trat an den Kamin und hielt die Hände über die Flammen. Er konnte ihre Verärgerung spüren, ohne sie anzusehen. Und er fühlte sich mies. Er wusste, dass er ihr gründlich die Freude verdorben hatte. Dabei gab es logisch betrachtet keinen Grund, die Isle of Wight zu verlassen und sofort nach London zurückzukehren. Aber seine Weigerung hatte auch nichts mit Logik zu tun. Es war ein seltsames Gefühl der Unruhe, das sich seit dem vergangenen Abend in ihm breitgemacht hatte. Etwas, das er nicht in Worte kleiden konnte. Es war eine Spannung, die sich von einem Augenblick zum anderen in ihm aufgebaut hatte. Das Gefühl, dass irgendetwas geschehen würde. Aber das konnte er Janice unmöglich erklären. Er konnte es sich ja nicht einmal selbst erklären. Das Meer war an diesem Abend ungewöhnlich ruhig. Trotz des böigen Windes bewegte sich die Wasseroberfläche kaum. »Woran denkst du?« fragte Sue. Frank Calamus drehte sich vom Ruder weg und zuckte mit den Schultern. »Ich fahre jetzt seit zwanzig Jahren kreuz und quer über den Kanal, aber ich habe noch nie erlebt, dass das Wasser so ruhig ist.« Er deutete mit dem ausgestreckten Arm nach unten. »Keine Wellen. Siehst du?« Ein eisiger Windstoß fuhr von Westen her über das Meer, brachte eine Welle, Klammerfeuchtigkeit mit sich und ließ sie beide frösteln. »Ich glaube...« Sue brach plötzlich ab. Ihre Augen weiteten sich erstaunt. »Was ist das?«, murmelte sie leise. Frank drehte überrascht den Kopf. Im ersten Moment konnte er nichts außer Wolken und der spiegelglatten Fläche des Ozeans erkennen. Aber dann sah auch er, was sie meinte. Über dem Horizont war eine Anzahl kleiner schwarzer Punkte erschienen. Zuerst waren sie kaum sichtbar, aber sie rasten mit erstaunlicher Geschwindigkeit heran. Sue flüsterte, »Können es Flugzeuge sein?« »Aber warum hört man nichts?« Frank presste den Feldstecher an die Augen und suchte den Horizont ab. Was er sah, ließ ihn entsetzt die Luft anhalten. Die dunklen Punkte waren keine Flugzeuge, es waren Reiter. Er setzte den Feldstecher ab und reichte ihn an Sue weiter. »Aber das... das gibt es doch nicht!«, wisperte sie entsetzt. Die Reiter näherten sich in unglaublichem Tempo. Sie waren jetzt so nahe, dass Frank sie auch ohne Glas bereits deutlich erkennen konnte. Ein Dutzend dunkler, massiger Gestalten, die über der Wasseroberfläche dahin preschten. Die Hufe der Pferde berührten das Meer nicht. Frank erwachte plötzlich aus seiner Erstarrung. »Den Fotoapparat, schnell! Wir machen ein paar Aufnahmen, sonst glaubt uns das kein Mensch!« Sue verschwand mit schnellen Schritten unter Deck. Frank griff zögernd nach dem Ruder. Er wollte auf jeden Fall ein paar Aufnahmen von der Reiterhorde schießen. Wahrscheinlich konnte er, wenn er es geschickt anfing, viel Geld damit verdienen. Aber die Reiter schienen die Yacht bemerkt zu haben. Ihre Geschwindigkeit verlangsamte sich. Schließlich kam der wilde Galopp vollkommen zum Stillstand. Und für einen grauenhaften Augenblick hatte Frank das Gefühl, von einem Dutzend dunkler Augenpaare gemustert zu werden. Zum ersten Mal, seit das unerklärliche Phänomen aufgetreten war, kam ihm die Möglichkeit zu Bewusstsein, in Gefahr zu schweben. Und plötzlich hatte er Angst. Die vorderste Gestalt hob den Arm. Irgendetwas Helles, Metallisches blitzte in ihrer Hand auf. Frank registrierte entsetzt, wie sich die Gruppe wieder in Bewegung setzte. Sue's Gesicht erschien in der Kajütentür. Frank machte eine hektische Geste. »Bleib unter Deck! Sie kommen hierher!« Für einen Moment verzerrte sich Sue's Gesicht vor ungläubigem Entsetzen. Aber dann gehorchte sie. Die Reiter waren mittlerweile bis auf wenige hundert Pfaden an das Boot herangekommen. Eigentlich nahe genug, dass er hätte Einzelheiten erkennen müssen. Aber sie waren immer noch große, schattenhafte Gestalten. Noch während Frank versuchte, den Eindruck zu verarbeiten, presste der erste Reiter seinem Tier die Sporen in die Seiten und lenkte es mit einem mächtigen Sprung auf das Deck. Frank wich aufschreiend zurück. Ein dunkler, rauchiger Arm griff nach ihm, verfehlte ihn nur knapp und fuhr splitternd in die Holzwand neben ihm. Frank stolperte, verlor das Gleichgewicht und schlug hart mit dem Hinterkopf gegen das Ruder. Vor seinen Augen wogten blutige Schleier. Als er wieder einigermaßen klar sehen konnte, war er von einem halben Dutzend der riesigen Gestalten eingekreist. Einer der Reiter bewegte sich. Frank versuchte, sein Gesicht zu erkennen, aber in der dreieckigen Fläche unter dem großen Helm war nichts als wesenlose Schwärze. Der Reiter hob den Arm, winkte einen seiner Begleiter zu sich heran und sagte laut, »Dein erstes Opfer, Charbadan. Töte ihn.« Charbadan schwang sich mit einer fließenden Bewegung aus dem Sattel, machte einen entschlossenen Schritt auf den hilflos Darliegenden zu und hob das Schwert hoch über den Kopf. Es war lange nach Mitternacht. Das Fest hatte seinen Höhepunkt längst überschritten und die meisten Gäste waren bereits nach Hause gegangen. Raven gähnte demonstrativ und leerte sein Bier. »Wir sollten langsam nach Hause gehen«, sagte Janice neben ihm. Raven nickte. Im Grunde war es eine Schnapsidee gewesen, zu diesem sogenannten Volksfest zu fahren. Natürlich war das Fest langweilig gewesen und die Langeweile in Verbindung mit der unerklärlichen Angst, die immer noch in ihm saß, hatte fast zwangsläufig dazu geführt, dass er zu viel getrunken hatte. Wahrscheinlich würde sich alles bessern, wenn sie zurück in London waren. Janice setzte sich hinter das Steuer und stieß die Beifahrertür auf. Raven stieg schwerfällig in den Wagen. Ein Schwindelgefühl erfasste ihn und erschloss für einen Moment die Augen. »Sag früh genug Bescheid, wenn dir schlecht wird. Der Wagen ist nur gemietet. Denk daran«, sagte Janice trocken. Raven lächelte gequält. Janice hatte manchmal einen recht makabren Humor. »Es geht schon«, entgegnete er mühsam. Janice gab Gas. Die Straße war um diese Uhrzeit wie ausgestorben, und sie war stockfinster. Raven kurbelte das Seitenfenster herunter und hielt das Gesicht in den Fahrtwind. Die Luft roch nach Regen. »Gut, dass wir morgen zurückfahren. Das Wetter scheint umzuschlagen«, bemerkte er. »Natürlich. Ich freue mich auch schon auf den Londoner Sonnenschein.« Raven sah Janice vorwurfsvoll an. »Du bist ganz schön bissig heute.« Janice trat plötzlich auf die Bremse, brachte den Wagen zum Stehen und schaltete den Motor aus. »Es reicht mir.« Raven zog überrascht die Augenbrauen hoch. »Wie meinst du das?« »So, wie ich es sage«, antwortete Janice. »Seit Jahren sehe ich zu, wie du dich selbst kaputt machst. Ich weiß ja, dass es deinen männlichen Stolz erschüttern wird, aber ich bin zu einem Entschluss gelangt. Ich werde mir einen Job suchen. Ich weiß, dass du dir in den Kopf gesetzt hast, für mich zu sorgen, und ich bin sicher, dass du es schaffen wirst, aber ich weiß auch, dass du einfach nicht dafür geboren bist, irgendeinen Bürojob zu übernehmen. Ich will, dass du dich voll und ganz deinem Beruf widmen kannst, und ich kann genauso gut arbeiten wie Millionen andere Frauen auch.« Raven senkte betroffen den Blick. Er hatte auch gewusst, dass Janice das Leben, das sie führten, nicht mehr lange ertragen würde. Langsam sagte er, »Du bist ausgesprochen unfair, um nicht zu sagen gemein. Du hast dir diesen Augenblick ganz bewusst ausgesucht, weil ich betrunken bin. Aber du hast dich getäuscht. Ich kann immerhin noch denken.« »Anscheinend nicht«, fuhr Janice auf. »Sonst würdest du einsehen. Ich sehe überhaupt nichts ein. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich mich nicht von einer Frau aushalten lasse, auch nicht von dir.« Janice erbleichte. Sie riss die Tür auf. »Wenn du dich von mir ausgehalten fühlst, ist wohl zwischen uns nichts mehr zu sagen.« Raven setzte zu einer Entgegnung an, aber Janice war mit einer raschen Bewegung aus dem Wagen und verschwand mit schnellen Schritten in der Dunkelheit. Raven hätte sich am liebsten selbst geohrfeigt. Der Alkohol hatte ihn dazu getrieben, heftiger zu reagieren, als er selbst gewollt hatte. Er stieg schwerfällig aus dem Wagen. Von Janice war keine Spur mehr zu sehen. Er atmete tief ein, schloss für einen Augenblick die Augen und wartete darauf, dass der Alkoholdunst aus seinem Schädel verschwand. Es war seine Schuld, dass Janice kopflos davongerannt war. Und wenn ihr irgendetwas zustieß, würde er sich bis an sein Lebensende Vorwürfe machen. Er musste sie finden. Schließlich war er Privatdetektiv. Er musterte seine Umgebung und wandte sich dann nach Norden. Janice war in dieser Richtung davongestellt. Raven kletterte über die niedrige Mauer und ging dann achselzuckend los. Eine Richtung war so gut wie die andere. Jeremy Tabbit trat lautlos aus dem Wald hervor. Er hatte sicherheitshalber noch ein paar Minuten verstreichen lassen, nachdem der Typ zwischen den Bäumen verschwunden war. Er unterdrückte ein schadenfrohes Lachen. Die beiden waren Touristen. Das war nicht zu übersehen. Jemand, der die Insel nur ein ganz klein wenig kannte, wäre niemals auf die Idee gekommen, hier in den Wald zu gehen. Tabbit ging mit raschen Schritten zu dem Rover hinüber. Seine Laune besserte sich um mehrere Grad, als er sah, dass die Türen nicht verriegelt waren. Tabbit war ziemlich sicher, dass er etwas finden würde. Die beiden hatten sich ziemlich heftig gestritten. Und jemand, der wie die kleine Hals über Kopf davonrennt, nimmt nicht erst seine Handtasche mit. Nach wenigen Augenblicken hatte er gefunden, wonach er suchte. Die Handtasche enthielt das übliche Durcheinander, das in jeder Frauentasche zu finden war. Aber daneben auch eine Geldbörse mit 70 Pfund in Banknoten. Tabbit grinste und setzte seine Inspektion fort. Bis auf die Handtasche fand er nichts, was sich zu stehlen gelohnt hätte. Aber er entdeckte etwas anderes. Die Zündschlüssel steckten. Er überlegte einen Moment. Natürlich konnte er den Wagen nicht verkaufen. Die Insel war einfach nicht groß genug, um einen gestohlenen Mietwagen absetzen zu können. Aber er konnte immerhin eine kleine Spritztour unternehmen. Er ließ den Motor an und lenkte den Rover auf die Straße. Die Scheinwerfer schnitten zwei grelle, asymmetrische Breschen in die Dunkelheit. Irgendwie war Tabbit nicht wohl bei der ganzen Sache. Obwohl die Straße vollkommen leer war, hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden. Er fuhr sich nervös mit der Hand über die Augen. Dunkle, umrisslose Schatten wogten im Lichtkegel der Scheinwerfer auf und ab und irgendwo am Rande seines Gesichtsfeldes war eine huschende Bewegung. Er hielt an. Vielleicht wäre es das Beste, den Wagen stehen zu lassen und auf dem kürzesten Weg ins Dorf zurückzukehren. Er wollte die Tür öffnen, aber die Vorstellung, aus dem schützenden Wagen in die Dunkelheit hinaus zu treten, erfüllte ihn auf unerklärliche Weise mit Entsetzen. Wieder hatte er den Eindruck einer huschenden, schnellen Bewegung dicht am Rande seines Gesichtsfeldes. Diesmal war Tabbit sicher, etwas gesehen zu haben. Dort draußen war jemand. An seinem Hals begann ein Nerv zu zucken. Die Schatten waren immer noch nicht deutlich zu erkennen, aber sie schienen Umrisse zu bilden. Eine riesige, drohende Gestalt. Einen Reiter? Tabbit erkannte plötzlich, dass er sich den Schatten nicht nur eingebildet hatte. Der Reiter setzte sich in Bewegung. Tabbit stöhnte auf. Der Mann musste ein Gigant sein. Sein Körper war nicht klar zu erkennen. Das grelle Halogenlicht der Scheinwerfer reduzierte ihn zu einem bloßen Umriss. Aber das Wenige, das er erkennen konnte, reichte aus, um ihm einen Schauer des Entsetzens über den Rücken zu jagen. Der Reiter bewegte den Arm. Tabbit versuchte noch, sich zur Seite zu werfen, aber seine Reaktion kam zu spät. Der Säbel schoss wie ein mit ungeheurer Wucht geworfener Speer durch die Luft, zertrümmerte die Windschutzscheibe und nagelte Tabbits Körper an der Rückenlehne fest. Er begriff nicht einmal mehr, was ihn umbrachte. Der Wald war so finster, dass Raven buchstäblich die Hand nicht mehr vor Augen sah. Tiefhängende Äste und Zweige peitschten ihm immer wieder ins Gesicht. Er war plötzlich gar nicht mehr so sicher, dass Janice wirklich hier entlang gelaufen war. Das Knacken von Zweigen und das Rauschen des Windes in den Baumwipfeln hörten sich mit einem Mal wie Hohngelächter an. Raven schluckte. Plötzlich hatte er wieder Angst. Das Gefühl der Bedrohung war verschwunden, aber an seine Stelle war blanke, brodelnde Angst getreten. Vor ihm knackte etwas zwischen den Bäumen. Janice? Bist du das? Ein, zwei Sekunden lang herrschte Stille. Dann kehrte das Geräusch wieder und eine ziemlich zerzauste Janice sprach neben ihm aus dem Unterholz. Was ist los? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Raven tastete nach ihrer Hand. Ich hab mir Sorgen um dich gemacht, antwortete er hastig. Tut mir leid, ich hab mich benommen wie ein kleines Kind. Das macht nichts. Gut, Hauptsache dir ist nichts passiert. Von ein paar Kratzern abgesehen bin ich zwar okay, aber ich habe Angst, wenn ich ehrlich sein soll. Raven lächelte zuversichtlich. Es ist dunkel, weiter nichts. Außerdem bin ich ja bei dir. Hm, machte Janice. Raven verzichtete auf eine direkte Antwort. Er zog sie eng an sich und ging los. Der Weg zurück zur Straße glich einem Albtraum. Zweige und dornige Ranken verhedderten sich in ihrer Kleidung und zerrten an ihren Haaren. Sie waren beide total erschöpft, als sie zur Straße zurückgefunden hatten. Endlich, sagte Janice erleichtert. Sie ließ seine Hand los, setzte sich auf die niedrige Mauer, die den Wald von der Straße trennte und schloss erschöpft die Augen. Raven sah mit gerunzelter Stirn die Straße hinunter. Ich fürchte, wir müssen unseren Spaziergang noch ein wenig fortsetzen. Oder siehst du zufällig den Wagen? Janice zuckte zusammen. Aber er kann nur ein paar hundert Yards entfernt sein. Möglich. Aber in welcher Richtung? Sie schwieg einen Moment. Schließlich seufzte sie ergeben und kletterte mühsam über die Mauer. Gehen wir. Raven folgte ihr schweigend. Bis zu dem Lokal waren es vielleicht zwei Meilen. Selbst in ihrem erschöpften Zustand keine unüberbrückbare Entfernung. Weißt du, ich glaube, ich muss mich wirklich entschuldigen, sagte Janice plötzlich. Musst du nicht? Doch, das muss ich. Ich hatte zwar recht, aber sie kam nicht mehr dazu, den Satz zu beenden. Raven zuckte plötzlich zusammen und starrte auf einen Punkt hinter ihr. Er fuhr herum, riss Janice mit sich und verschwand mit einem Hechtsprung hinter der Straßenmauer. Janice schlug hart mit dem Kopf auf, aber Ravens Hand erstickte ihren Schmerzensschrei. Still! zischte er. Janice erstarrte. Sie kannte Raven gut genug, um zu wissen, dass schon einiges geschehen musste, wenn er derart rücksichtslos reagierte. Sie lauschte in die Nacht hinaus. Ein Geräusch mischte sich in das Wispern der Nacht. Ein helles, metallisches Klappern. Das Geräusch kam näher. Es hörte sich an wie der Hufschlag von einem Dutzend Pferden. Janice richtete sich verblüfft auf. Sie hatte richtig geschätzt. Es war etwa ein Dutzend Reiter, die in einem eng zusammengedrängten Pulk die Straße heruntergaloppierten. Aber es dauerte noch einmal Sekunden, ehe Janice begriff, woran sie die massigen, dunklen Silhouetten erinnerten. Sie selbst hatte sie niemals gesehen, aber Raven hatte ihr die Gestalt bis ins Kleinste beschrieben. Janice sah Raven ungläubig an. Das sind... Raven nickte verkrampft. Schattenreiter. Sein Gesicht glänzte vor Schweiß. Ich habe es die ganze Zeit gespürt. Du wusstest, dass diese Dinger hier sind. Ich habe gefühlt, dass irgendetwas passieren würde, antwortete Raven. Verdammt noch mal, ich habe geglaubt, dass es nur eines dieser Wesen gegeben hat. Aber es war nur eines von vielen. Raven schluckte nervös. Sein Blick richtete sich angstvoll auf die Straße hinter Janice' Rücken. Wir müssen weg von dieser verdammten Insel. Hier sitzen wir in der Falle. Komm! Er fuhr herum, riss Janice mit sich und begann die Straße hinunterzulaufen. Janice folgte ihm stolpernd. Sie hatte Raven noch nie so erlebt wie jetzt. Sein Verhalten grenzte an Hysterie. Verdammt noch mal, bleib stehen! Sie riss Raven am Arm herum. Es hat überhaupt keinen Sinn, wegzulaufen. Du tust dir keinen Gefallen, wenn du in blinder Panik davonrennst. Bist du sicher, dass es dieselben Reiter waren? Du hast sie doch gesehen. Ich habe ein paar seltsame Männer auf Pferden gesehen. Immerhin könnte es eine zufällige Ähnlichkeit sein. Raven schüttelte den Kopf. Nein, ich spüre, dass es sich um die gleichen Dämonen handelt. Können wir weitergehen? Janice nickte. Sie war nicht halb so ruhig, wie sie sich gab. Sie hatte genauso deutlich wie Raven gespürt, dass die Gestalten, die da an ihnen vorübergerast waren, keine Menschen waren. Aber wenn es überhaupt eine Möglichkeit gab, Raven zu beruhigen, dann die möglichst gleichmütig zu tun. Raven starrte angstvoll die Straße hinunter. Aber er hatte sich wieder in der Gewalt. Ich möchte nur wissen, was sie hier suchen. Wenn sie gekommen wären, um mich umzubringen, wäre ich längst tot. Er betrachtete für einen Augenblick seine Handflächen. Die dünnen weißen Linien darauf waren kaum noch zu sehen. Die Ärzte, die seine Hände zusammengeflickt hatten, hatten wirklich etwas von ihrem Handwerk verstanden. Aber die Narben waren eine dauerhafte Erinnerung daran, wie knapp er bei seiner ersten Begegnung mit dem Schergen der Hölle dem Tod entgangen war. Wir müssen weg hier. Am besten noch heute Nacht. Eigentlich passt es nicht zu dir, wegzulaufen, sagte Janice. Ich laufe nicht weg. Ich... Raven brach ab und beschleunigte seine Schritte. Du willst nicht aus Angst weg, nicht wahr? Du glaubst, dass ich ebenfalls in Gefahr bin. Und ich weiß sogar, warum. Janice blieb stehen. Du selbst hast gesagt, dass die Schattenreiter nur für ihre Opfer sichtbar sind. Raven widersprach nicht. Sie wussten beide, dass sie recht hatte. Der Regen hatte kurz vor Sonnenaufgang begonnen und mit ihm war die Kälte des bevorstehenden Winters über die Insel hereingebrochen. Raven vergrub die Linke in der Manteltasche und fuhr sich mit der freien Hand nervös über das Gesicht. Er fühlte sich unwohl. Sie waren erst nach drei Uhr in die Pension zurückgekommen und er hatte während der übrigen Nachtstunden so gut wie gar nicht geschlafen. Wahrscheinlich hätte er sich wohler gefühlt, wenn er hierbleiben und den Kampf gegen die Dämonen aufnehmen könnte. Aber er konnte nur so lange den Helden spielen, wie sein eigenes Leben auf dem Spiel stand. In London konnte er dafür sorgen, dass Janice außer Gefahr war. Er stand auf und legte den Kopf in den Nacken. Graue, schwere Regenwolken trieben vom Meer her über die Insel. Sie hatten den Wagen am vergangenen Abend nicht wiedergefunden und sie hatten keine Zeit mehr gehabt, am nächsten Morgen danach zu suchen. Die Fähre würde in einer knappen halben Stunde ablegen. Das Risiko, noch einen ganzen Tag auf der Insel verbringen zu müssen, war ihm zu groß gewesen. Das Brummen eines Automotors durchbrach die Geräusche des Hafens. Janice grinste. Da hat es jemand offensichtlich noch eiliger als du, die Insel zu verlassen. Ein Polizeiwagen bog mit quietschenden Reifen um die Kurve, schlitterte ein Stück über das regenfeuchte Kopfsteinpflaster und kam schließlich mit einem harten Ruck zum Stehen. Zwei uniformierte Polizisten stiegen aus dem Fahrzeug. Ein dritter, zivilgekleideter Mann folgte ihnen. »Mr. Raven?« Raven nickte. »Wir hätten ein paar Fragen an Sie, an Sie und Miss...« »Land, Janice Land. Und Sie heißen?« Janice lächelte unschuldig. »Mein Name ist Baldas, Inspektor Baldas, um genau zu sein.« Er deutete mit einer Kopfbewegung auf seinen Wagen. »Setzen wir uns hinein. Es ist ziemlich ungemütlich hier. Wir haben nicht sehr viel Zeit,« entgegnete Raven. »Die Fähre... Sie haben es ziemlich eilig, die Isle of Wight zu verlassen, wie?« Raven nickte. »Ich möchte heute noch nach London zurück.« »Wichtige Geschäfte?« Raven lächelte. »Warum interessiert Sie das?« »Mich interessiert prinzipiell alles. Ich fürchte, Sie müssen doch ein wenig später nach London zurückkehren, Mr. Raven.« »Aber unser Gepäck? Darum kümmern wir uns.« Baldas lächelte böse. »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich habe lediglich ein paar Fragen an Sie. Wenn Sie sie beantworten und ich mit den Antworten zufrieden bin, können Sie gehen. Wenn nicht, sagen Sie uns endlich, was los ist,« verlangte Raven. »Sie müssen es.« Baldas grinste. »Sie haben entschieden zu viele schlechte Kriminalfilme gesehen, Mr. Raven. Sie werden jetzt mit mir zur Wache fahren, und dort unterhalten wir uns in aller Ruhe.« Sie erreichten die Wache nach weniger als fünf Minuten. »Ich möchte wirklich wissen, was das soll,« murmelte Janice, während sie hinter dem Inspektor durch einen Korridor gingen. »Vielleicht geht es um den Wagen. Möglicherweise wurde er gestohlen.« Raven schüttelte den Kopf. »Deswegen würde er nicht zu einem Theater aufführen.« Baldas blieb vor einer Tür am Ende des Ganges stehen, machte eine einladende Geste und wartete, bis Raven und Janice das Büro betreten hatten. Er schälte sich aus dem Mantel und warf ihn achtlos über einen der Stühle. »Setzen Sie sich ruhig. Ich möchte lediglich mit Ihnen sprechen. Mehr nicht.« Er zog einen Notizblock aus der Jackentasche, legte ihn aufgeklappt vor sich auf den Tisch und faltete die Hände. »Gut. Sie sind seit vierzehn Tagen hier, nicht wahr?« »Stimmt.« »Und gestern Abend sind Sie beide zu McAverns Pub hinaufgefahren, um an dem Gartenfest teilzunehmen. Darf ich fragen, wann Sie in die Pension zurückgekehrt sind?« In Raven begann eine Alarmglocke zu schrillen. Er spürte, dass Baldas allmählich begann, ernst zu machen. »Genau weiß ich es nicht, aber es muss gegen drei gewesen sein.« »Eher halb vier,« sagte Janice. Baldas überlegte einen Moment. »Eine lange Zeit für die paar Meilen. Sie hatten doch einen Wagen, nicht wahr?« Raven seufzte. »Ihr schauspielerisches Talent in Ehren, Mr. Baldas. Aber was soll das? Sie wissen ebenso gut wie ich, dass wir uns den Wagen gemietet haben.« »Ich weiß aber auch, dass Sie den Wagen irgendwo unterwegs stehen gelassen haben. Sie sind zu Fuß zurückgegangen, den größten Teil der Strecke zumindest.« »Warum? Und warum haben Sie den Wagen nicht zurückgebracht?« »Auch wenn es sich albern anhört,« sagte Raven. »Aber wir sind unterwegs ausgestiegen und ein Stück zu Fuß gegangen. Danach haben wir den Wagen nicht wiedergefunden. Aber ich habe die Papiere in einen Umschlag gesteckt, 200 Pfund dazu getan und mich in einem kurzen Brief bei dem Besitzer der Autovermietung entschuldigt.« Baldas griff wortlos in seine Jacketttasche und förderte einen Briefumschlag zutage. »Ich habe den Brief hier. Auch die 200 Pfund. Ich glaube kaum, dass Sie deswegen Ärger kriegen.« Er beugte sich vor und starrte Raven durchdringend an. »Haben Sie schon einmal den Namen Tabbit gehört? Andrew Tabbit?« Raven schüttelte den Kopf. »Oder kennen Sie diesen Mann?« Baldas zog ein zerknittertes Foto aus der Tasche und reichte es über den Tisch. Raven warf nur einen flüchtigen Blick auf die Aufnahme. Das Bild zeigte einen etwa 40-jährigen Mann mit dunklen Haaren. »Nie gesehen.« »Sie auch nicht, Miss Land?« »Nein. Warum?« »Sagt Ihnen der Name Frank Calamus etwas?« bohrte Baldas weiter. »Nein. Ich habe weder diesen noch den Namen Tabbit vorher gehört,« erklärte Raven. Baldas steckte das Foto zurück. »Die Isle of Wight ist ein ziemlich ruhiger Ort,« begann er nach sekundenlangem Schweigen. »Bis auf ein paar kleine Diebstähle und Betrügereien ist es hier normalerweise recht friedlich. Wir hatten in den letzten zwölf Jahren hier genau zwei Morde. Beide geschahen gestern Abend.« »Tabbit und... und Calamus. Richtig. Oder jedenfalls fast richtig. Calamus wurde auf dem Meer ermordet, auf seiner Yacht, um genau zu sein. Und ich hatte gehofft, sie könnten mir weiterhelfen.« »Ich?« fragte Raven überrascht. »Sehen Sie, Mr. Raven, die Männer wurden beide auf die gleiche, grausame Weise umgebracht. Calamus draußen auf dem Kanal und Tabbit hier, genauer gesagt in ihrem Wagen, zehn Minuten nachdem sie das Fest verlassen hatten. Die Felsen stürzten an dieser Stelle der Küste beinahe senkrecht ins Meer. Selbst an ruhigen Tagen bildete die Brandung hier hohe, schaumige Wellenkronen. Der Wagen stand dicht vor der Felskante. Slade überprüfte ein letztes Mal seine Kamera und öffnete dann mit einer entschlossenen Bewegung die Tür. Er stieg ächzend aus dem Wagen und blinzelte aus zusammengekniffenen Augen über die graue, regenverschleierte Landschaft. Slade nickte zufrieden. Genau das, was er brauchte. Sicherlich hatte die Insel schönere Bilder zu bieten, aber er war auf der Suche nach Stimmungen, nicht nach Postkartenromantik. Er machte zwei Aufnahmen, ging dann um den Wagen herum und schwenkte die Kamera, bis der Waldrand im Bild war. Irgendetwas bewegte sich zwischen den Stämmen. Slade stieß ein erstauntes Keuchen aus, als eine Gestalt im Bildausschnitt erschien. Es war ein Reiter. Der Mann trug einen weiten, wallenden Umhang, der seine Gestalt fast zur Gänze verdeckte. Auf seinem Kopf saß ein riesiger, von zwei Spitzen nach oben gebogenen Hörnern gekrönter Helm. Die Gestalt war ein gigantischer, scherenschnittartiger Umriss. Slades Finger tasteten nach dem Auslöser. Der Kopf des Reiters zuckte in einer blitzschnellen Bewegung herum, als die Kamera klickte. Der Blick der dunklen Augen schien sich direkt in Slades Seele zu bohren. Der Reporter froh plötzlich. Über diese Entfernung konnte der Mann das leise Klicken der Kamera einfach nicht gehört haben. Slades Hände begannen zu zittern. Plötzlich hatte er Angst. Der Reiter strahlte eine fast greifbare Aura des Bösen, Gewalttätigen aus. Und er kam näher. Raven starrte Belders fast eine Minute lang an, ohne etwas zu sagen. Sie verdächtigen uns, etwas damit zu tun zu haben? Belders schüttelte den Kopf. Ich verdächtige Sie nicht, Mr. Raven. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass Sie genauso überrascht sind wie ich. Aber Tabith wurde in Ihrem Wagen ermordet. Es ist kein Grund, Sie festzuhalten, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass Sie mehr darüber wissen, als Sie momentan zuzugeben bereit sind. Der Mordanschlag galt Ihnen, nicht wahr? Gegen seinen Willen zuckte Raven zusammen. Belders grinste. Sie haben Angst, Mr. Raven, und ich möchte wissen, vor wem. Und wenn ich es selbst nicht weiß? Fragte Raven. Belders zuckte mit den Schultern. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie der einzige Mensch sind, der mehr über diese Morde weiß. Ich kann Sie nicht weggehen lassen. Sie können jederzeit in Ihre Pension zurück. Das Zimmer ist noch frei. Raven erhob sich, als Belders die Tür aufschloss und Janice an ihm vorbei auf den Korridor trat. Aber der Inspektor hielt Raven zurück. Sie noch nicht, Mr. Raven. Ich hätte noch ein paar Fragen. Es dauert nicht lange. Ich werde in dem Café gegenüber warten. Sagte Janice und ging. Belders schloss nachdenklich die Tür und kehrte langsam zu seinem Stuhl zurück. Ich habe mich über Sie erkundigt, Mr. Raven. Es ist nicht das erste Mal, dass in Ihrer Umgebung seltsame Dinge geschehen. Ich wollte es nicht sagen, solange Miss Land dabei war. Er grinste flüchtig. Janice weiß über alles Bescheid. Belders Augen blitzten auf. Worüber? Raven hätte sich am liebsten selbst geohrfeigt. Verdammt, Inspektor. Ich würde Ihnen ja helfen, wenn ich es könnte. Aber ich weiß genauso wenig wie Sie. Außerdem, Sie erzählten von einem zweiten Mord. Kalamis. Kalamis, richtig. Sehen Sie, Raven, die beiden Männer wurden auf die gleiche Art umgebracht. Und die Begleitumstände sind in beiden Fällen gleich rätselhaft. Um nicht zu sagen, gespenstisch, half Raven nach. Belders zuckte sichtlich zusammen. Man könnte es so nennen. Was wissen Sie darüber? Raven lehnte sich zurück. Nichts, was Sie mir glauben würden. Belders beugte sich vor. Ich habe mir heute Morgen schon eine verrückte Geschichte angehört. Es gab einen Zeugen, eine Frau. Sie war auf dem Boot, als man Kalamis Leiche fand. Belders verzog das Gesicht. Sie haben die Leiche nicht gesehen, Raven. Man hat Kalamis regelrecht hingerichtet. Und die Frau hat alles mit angesehen. Sie hat einen schweren Schock erlitten. Deswegen nahm ich auch nicht alles ernst, was sie sagte. Lassen Sie mich raten. Sie hat irgendetwas von Reitern gefaselt, stimmt's? Belders riss verblüfft die Augen auf. Sie wissen also doch mehr. Reden Sie, Raven. Sie haben schon zu viel gesagt, um jetzt noch einen Rückzieher zu machen. Rufen Sie Inspektor Card von Scotland Yard an, sagte Raven schließlich. Schildern Sie ihm, was hier passiert ist und fragen Sie ihn nach den Schattenreitern. Belders stand mit einem Ruck auf und ging mit schnellen Schritten zur Tür. In Ordnung. Warten Sie hier. Der Reiter hatte sich dem Wagen bis auf wenige Yards genähert. Slade konnte das schwarze Gesicht erkennen, das bizarr geformte Halbvisier des Helmes, das der Erscheinung etwas Reptilhaftes verlieh. Der Reiter hielt an. Das Pferd scheute und warf den Kopf in den Nacken. Der Reiter sagte irgendetwas in einer Sprache, die Slade nicht verstand. Aber der Betonung nach musste es eine Frage sein. Slade legte die Kamera vor sich auf die Motorhaube des Jaguar und schluckte krampfhaft. Ich verstehe Sie nicht, sagte er mühsam. Der Reiter deutete auf die Kamera. Sie wollen den Apparat? Slade griff nach der Kamera und presste sie an sich. Der Reiter schwang sich mit einer fließenden Bewegung aus dem Sattel seines Tieres und kam auf Slade zu. Seine Hand war auffordernd ausgestreckt. Slade schüttelte trotzig den Kopf, trat einen weiteren Schritt zurück und sah sich nach einem möglichen Fluchtweg um. Das Plateau wurde an drei Seiten von der Felskante begrenzt. Die einzige Richtung, in der er hätte entkommen können, wäre an dem Schattenreiter und seinem seltsamen Tier vorbei. Slades Herz begann zu klopfen. Der Schattenmann war stehen geblieben. Seine Waffe glitt mit leisem, metallischem Schaben aus der Scheide. Slade schluckte trocken. Der Säbel zischte knapp vor seinem Gesicht entlang und krachte in das Dach des Jaguar. Slade sprang überrascht zurück. Die Kamera entglitt seinen Fingern, prallte auf den Boden und rollte langsam auf die Felskante zu. Slades Blick saugte sich an der messerscharfen Klinge des Säbels fest. Er wusste, dass er jetzt sterben würde. Aber seltsamerweise zögerte der Dämon zuzuschlagen. Der Säbel verharrte reglos in der Luft. Schließlich, nach einer Ewigkeit, sank die tödliche Waffe herunter. Die Gestalt des Schattenreiters erschlaffte. Dann drehte er sich herum und ging mit hängenden Schultern zu seinem Tier zurück. Das Pferd wierte unruhig, als sich sein Herr in den Sattel schwang. Der Blick des Unheimlichen richtete sich noch einmal auf Slade. Aber diesmal lag keine Mordlust mehr darin. Das Einzige, was Slade zu spüren glaubte, war so etwas wie Schuldbewusstsein. Dann riss der Reiter sein Pferd herum und galoppierte davon. Raven trat aus dem Café auf die Straße hinaus und ging zu dem Polizeiwagen hinüber, in dem Baldas wartete, der eine halbe Stunde lang vergeblich versucht hatte, Inspektor Card an die Strippe zu kriegen. »Sie ist nicht mehr da,« sagte Raven. »Sie ist schon zur Pension zurückgefahren.« Baldas winkte ungeduldig. »Steigen Sie ein. Ich bringe Sie.« Raven nahm im Fond des Wagens Platz und Baldas gab dem Fahrer ein Zeichen, loszufahren. »Sie sehen aus, als ob Sie sich Sorgen machen,« sagte er. Raven drehte sich ihm widerwillig zu. »Wie kommen Sie darauf?« »Sie sind nicht der Typ, der davonläuft, Raven. Nicht, wenn Sie selbst bedroht werden.« Raven antwortete nicht. Natürlich hatte Baldas recht, aber Raven konnte ihm trotzdem nicht von den Schattenreitern erzählen. Jedenfalls nicht, bevor Baldas nicht mit Card gesprochen hatte. Der Wagen bog auf die gewundene Küstenstraße ein und beschleunigte. Links von ihnen erstreckte sich die graue, eintönige Fläche des englischen Kanals. Auf der anderen Seite der Straße erhob sich ein sanft ansteigender Hang, der nach wenigen Jahrts in einen dichten Wald überging. »Diese Schattenreiter, von denen Sie sprachen,« begann Baldas plötzlich. »Was sind das für Leute? Eine Verbrecherorganisation? So etwas wie der Ku Klux Klan?« Raven setzte zu einer Antwort an, aber alles, was er hervorbrachte, war ein ungläubiges Ächzen. Er richtete sich plötzlich kerzengerade auf, starrte nach vorn und umklammerte Baldas Arm. »Sehen Sie nach vorn, Inspektor. Dann haben Sie die Antwort.« Der Streifenwagen kam mit kreischenden Bremsen zum Stehen. Vor ihnen blockierten sechs riesige, schattenhafte Gestalten die Straße. Janice ging zum Fenster und schlug die Vorhänge beiseite. Graue, bauchige Regenwolken trieben vom Ozean her über die Insel und tauchten die Landschaft in dämmeriges Licht. Janice seufzte. Vielleicht wäre es das Beste gewesen, Baldas die Wahrheit zu erzählen. Aber wahrscheinlich hätte er ihnen kein Wort geglaubt. Ihr selbst fiel es ja manchmal noch schwer, an die Existenz von Geistern und Dämonen zu glauben, obwohl sie die Unheimlichen selbst gesehen hatte. Sie verließ das Zimmer, ging über die breite, geschwungene Treppe ins Erdgeschoss hinunter. Die Stille im Haus fiel ihr auf. Vorhin hatte sie ein paar Worte mit dem Besitzer der Pension gewechselt und hinter dem Haus hatten zwei Kinder lärmend mit dem Haushund gespielt. Von all dem war jetzt nichts mehr zu hören. Und es war nicht nur die Stille. Janice spürte einfach, dass sie allein war. Sie rief zweimal den Namen des Wirtes, aber sie erhielt keine Antwort. Im Gegenteil, die Stille schien eher noch tiefer zu werden. Janice atmete tief ein, streckte die Hand nach der Klinke einer Tür aus und öffnete sie. Der Anblick der großen, aufgeräumten Küche enttäuschte sie fast. Janice rief noch einmal nach dem Wirt, aber auch diesmal erhielt sie keine Antwort. Irgendwo auf dem Hof wehrte ein Pferd. Janice blieb wie angewurzelt stehen. Die Angst sprang sie an wie ein wütendes Raubtier. Die Tür schlug wie von Geisterhänden bewegt zu. Janice stolperte entsetzt zurück. Das Pferd wehrte erneut. Das Geräusch klang wie diabolisches Hohngelächter in ihren Ohren. Janice fühlte, dass sie von unsichtbaren Augen beobachtet wurde. Ein eisiger Schauer lief ihr über den Rücken. Der Raum kam ihr plötzlich wie ein Gefängnis vor. Sie sah sich hastig nach einer Waffe um. Hinter ihr ertönte ein leises, böses Lachen. Neren, glaubst du wirklich, dich gegen uns wehren zu können? Janice fuhr mit einem unterdrückten Aufschrei herum. Die Luft hinter ihr ballte sich zu schwarzen, wallenden Schwaden zusammen. Die Schattenreiter, zuckte es durch Janice' Hirn. Sie sind hier. Wie recht du hast. Das Wallen verdichtete sich, und nach einer Ewigkeit stand Janice sieben der riesigen, bedrohlichen Gestalten gegenüber. Der Anführer der Schattenreiter machte eine herrische Geste. Charbadan! Eine der Gestalten löste sich aus der stummen Reihe und trat neben den Dämon. Seine Hände schlossen sich langsam um den Griff seines Säbels. Die Reihe der Schattenreiter hob sich wie ein leibhaftig gewordener Albtraum gegen den grauen Himmel ab. Raven spürte, dass die Blicke der Dämonen auf ihn gerichtet waren. Wir müssen weg, keuchte er. Er stieß den Fahrer grob an und schrie, fahren Sie, Mann, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist! Der Mann erwachte aus seiner Erstarrung und gab Gas. Der Wagen ruckte an, blieb stehen und hoppelte weiter, ehe der Motor mit einem würgenden Geräusch abstarb. Einer der Schattenreiter preschte plötzlich vor, setzte über die Kühlerhaube des Wagens und riss seinen Säbel aus der Scheide. Es ging alles unglaublich schnell. Die Frontscheibe verwandelte sich in ein Spinnennetz aus Millionen fein verästelter Risse und der Fahrer sank mit einem Seufzer zurück. Seine Hände umklammerten seine Kehle und zwischen seinen Fingern sickerte Blut hervor. Raven hechtete aus dem Wagen. Baldass sprang auf der anderen Seite hinaus. Sie hatten das Fahrzeug keine Sekunde zu früh verlassen. Der Fahrer sackte nach vorne und der Motor brüllte plötzlich auf. Der Wagen machte einen Satz, krachte gegen die niedrige Mauer, brach durch und das Fahrzeug verschwand in der Tiefe. Sekunden später war ein donnernder Aufprall zu hören. Aus den Augenwinkeln bemerkte Raven, wie drei, vier Gestalten auf ihn zugaloppierten. Er tauchte unter einem heimtückischen Schwerthieb hinweg. Er hatte aus eigener, schmerzhafter Erfahrung gelernt, dass die Schattenreiter gegen körperliche Angriffe immun waren. Aber sie hatten eine verwundbare Stelle. Ihre eigenen Waffen. Allein mit einem der Krummsäbel konnte man sie verletzen. Ravens Handkante sauste herab, drang durch die rauchigen Nebelfinger des Reiters und hämmerte auf den Schwertgriff. Der Schlag schien Ravens Arm zu lähmen, aber der Angriff hatte Erfolg. Der Schattenreiter ließ die Waffe fallen, rutschte mit einem wütenden Aufschrei aus dem Sattel und blieb benommen liegen. Raven blieb keine Zeit, sich über seinen Sieg zu freuen. Zwei weitere Schattengestalten drangen auf ihn ein. Ihre Säbel blitzten grell auf. Raven warf sich verzweifelt zurück, schlitterte über den nassen Asphalt und riss sich Hände und Knie auf. Aber seine Finger schlossen sich um den Griff des Säbels. Er wälzte sich auf den Rücken, parierte einen Schwertieb und kam mühsam hoch. Der Kampf war aussichtslos. Die Dämonen kreisten ihn ein und drangen langsam weiter vor. Raven! Balders Gestalt balancierte auf der Mauer hinter ihm. Seine Kleider waren zerfetzt, aber auf seinem Gesicht war keine Spur von Angst zu erkennen. Keiner rührt sich, sagte er entschlossen. Die Pistole in seiner Hand richtete sich drohend auf den Kreis der Schattenreiter. Einer der Dämonen lachte rau und preschte auf ihn zu. Raven versuchte noch Balders, eine Warnung zuzurufen, aber es war zu spät. Der Säbel des Schattenreiters zischte herab und verschwand bis zum Heft in Balders Brust. Auf seinem Gesicht erschien ein fast erstaunter Ausdruck. Dann brach er langsam in die Knie, fiel vornüber und blieb reglos liegen. Raven fuhr herum, sprang mit einem Satz auf die Schattenreiter zu und hieb wild um sich. Sein Säbel hackte haarscharf an der Klinge seines Gegners vorbei, tauchte in die rauchige Masse ein und hinterließ eine dünne rote Spur im Körper des Schattenreiters. Unter den Dämonen brach das Chaos aus. Die überraschend erfolgreiche Gegenwehr dieses normalen, sterblichen Menschen hatte sie völlig aus dem Konzept gebracht. Raven erkannte blitzartig die Chance, die sich ihm bot. Er stürmte den Hang empor. Der Boden war rutschig, aber die Verzweiflung gab ihm zusätzliche Kraft und trieb ihn zu einem wahnwitzigen Tempo an. Zwei Schattenreiter hatten die Verfolgung aufgenommen. Raven machte sich nichts vor. Er hatte den Erfolg einzig der Überraschung zu verdanken. Im Normalfall hätte er nicht die leiseste Chance gegen die Dämonen gehabt. Wenn die beiden ihn einholten, war's aus. Er hatte nur noch die winzige Chance, die Straße zu erreichen. Die Monster würden ihn kaum inmitten einer belebten Straße angreifen. Er warf sich rücksichtslos durch das Unterholz und schließlich, nach einer Ewigkeit, tauchte die Straße vor ihm auf. Er flankte über die Mauer und rannte über die Straße. Am Waldrand tauchten die massigen Umrisse der Reiter auf. Ein wütendes Hupen ließ Raven herumfahren. Am nördlichen Ende der Straße war ein riesiger Sattelschlepper aufgetaucht. Der Fahrer schien die beiden Reiter bemerkt zu haben und versuchte verzweifelt, sein schweres Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Die Schattenreiter schenkten dem Wagen nicht mehr als einen flüchtigen Blick. Sie wussten, dass der Sattelzug keine Gefahr für sie darstellte. Was dann geschah, kam für Raven genauso überraschend wie für die Dämonen. Die stumpfe Schnauze des Sattelschleppers prallte gegen die beiden Tiere und wirbelte sie durch die Luft. Pferde und Reiter krachten auf den Asphalt und blieben zuckend liegen. Etwas Unglaubliches war geschehen. Die Dämonen hatten ihr Schattendasein verloren. Sie waren körperlich geworden. Körperlich und verwundbar. Janice wich Schritt für Schritt zur Wand zurück, während der Schattenreiter näher kam. Töte sie, Charbadan! Du musst das Blutopfer bringen, zischte der Anführer der Schattenreiter. Janice spürte, wie Charbadan zögerte. Seine Hand zitterte. Ich kann nicht, sagte er schließlich. Der Schattenreiter schrie wütend auf. Du musst! Nur mit Blut kann der Bund der Dreizehn gefestigt werden. Wenn du es nicht tust, wirst du selbst tausend Tode sterben. Ich kann es nicht. Ich hab schon zu viele Unschuldige getötet. Du hast bereits einmal versagt. Wenn du auch jetzt versagst, wirst du die ganze Wut der Hölle kennenlernen. Charbadan schüttelte mühsam den Kopf. Mach mit mir, was ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr töten. Der Schattenreiter trat hinter Charbadan. Komm, es ist leicht. Du brauchst nur das Schwert zu heben und … Charbadan stieß den Schattenreiter von sich und riss seine Waffe in die Höhe. Der Säbel zischte durch die Luft und hackte in die Schulter des Dämons. Drei, vier Dämonen stürzten sich auf Charbadan und rangen ihn zu Boden. Der Anführer brach langsam in die Knie. Seine Hand presste sich auf die furchtbare Wunde an seiner Schulter. Verrat, stöhnte er mühsam. Er krümmte sich und fiel langsam vornüber. Eine seltsame Veränderung ging mit seinem Körper vor sich. Die dunklen Nebelschwaden schienen sich zu verdichten. Sein Körper materialisierte. Und nicht nur sein Körper. Vor Janis Augen verwandelten sich die sieben schwarzen Schattengestalten in riesige Dämonen. Immer noch gespenstisch, aber körperlich. Zwei der Schattenreiter ließen Charbadan los und näherten sich Janis. Ihre Finger tasteten blind nach hinten und schlossen sich um einen Messergriff. Als die Dämonen die Arme nach ihr ausstreckten, stach sie zu. Die Klinge bohrte sich in das Handgelenk eines ihrer Peiniger. Sie stolperte auf die Tür zu und wurde brutal zurückgerissen. Riesige, starke Hände schlossen sich um ihren Hals und drückten zu. In ihren Ohren rauschte das Blut. Ihre Kräfte erlarmten. Vor ihren Augen wallten rote, blutige Schleier. »Halt«, die Stimme dröhnte durch den Raum. Der Griff löste sich. »Ihr werdet sie nicht töten!« Janis hob mühsam den Kopf. In der Mitte des Raumes war ein dunkler Fleck erschienen, eine treibende Zone schwarzer, konturloser Nebelfetzen, in deren Zentrum das Gesicht eines uralten Mannes zu erkennen war. »Lasst sie leben«, wiederholte der Alte, »sie kann uns noch nützlich sein.« Janis begriff plötzlich, was die Unheimlichen vorhatten. Sie würden sie nicht töten. Sie würden warten, bis Raven ihnen in die Falle gegangen war. Eine Falle, in der sie als Köder diente. Raven ging zögernd zu den reglosen Gestalten der Schattenreiter und ihrer Tiere hinüber. Man musste nicht unbedingt Medizin studiert haben, um zu erkennen, dass sowohl die Reiter als auch ihre Tiere tot waren. Hinter Raven erklangen hastige Schritte. Der LKW-Fahrer hatte seinen Sattelzug zum Stehen gebracht und kam mit wachsbleichem Gesicht angerannt. »Ich habe versucht zu bremsen!« Seine Stimme zitterte und auf seiner Stirn perlte kalter, glänzender Schweiß. Sein Blick fiel auf die nachtschwarzen Körper der toten Dämonen und ihrer seltsamen Echsenpferde. »Was sind das für Dinger? Das sind doch keine Menschen! Was wird hier gespielt?« Raven trat einen Schritt auf ihn zu. »Können Sie die Kiste hier wenden?« Er deutete mit einer Kopfbewegung auf den Sattelzug, der am Straßenrand stand. Der Mann nickte. »Dann tun Sie es und stellen Sie keine Fragen. Sie können später gern die Polizei rufen, aber zuerst bringen Sie mich zu einem Ort auf der anderen Seite der Insel.« Das Gebäude erhob sich als drohender, schwarzer Umriss gegen den trübgrauen Himmel. Raven gab dem Fahrer ein Zeichen. »Halten Sie an!« Der Truck kam mit einem harten Ruck zum Stehen. »Sie fahren jetzt zurück und melden alles, was Sie erlebt haben der Polizei«, sagte Raven. »Verlangen Sie ein Gespräch mit Scotland Yard in London. Fragen Sie nach Inspektor Card. Er dürfte der Einzige sein, der Ihnen glaubt.« Raven sprang aus dem Führerhaus. Dann ging er langsam auf die Pension zu. Er blieb einen Herzschlag lang vor dem Eingang stehen und drückte schließlich mit einer entschlossenen Bewegung die Klinke herunter. Er konnte die Anwesenheit der Schattenreiter spüren. Sie warteten auf ihn. Ravens Hand schloss sich mit einer kraftvollen Bewegung um den Schwertgriff. Er trat in den Aufenthaltsraum, drehte sich einmal um seine Achse und hielt nach dem Feind Ausschau. Unter dem bogenförmigen Durchgang erschien die über sechs Fuß hohe Gestalt eines Schattenreiters. »Willkommen, Raven.« Raven duckte sich und wartete auf einen Angriff. Aber der Schattenreiter schien es nicht sonderlich eilig zu haben. Er lachte leise. »Du bist gekommen, um die Frau zu retten, nicht wahr?« Er sprang vor, hackte spielerisch nach Ravens Kopf und zog sich mit einer fließenden Bewegung wieder zurück. Raven knurrte wütend, lief auf den Schattenreiter zu und hob die Waffe mit beiden Händen über den Kopf. Der Schlag hätte einen Baum gespalten, aber der Schattenreiter parierte die Klinge mühelos. Raven wurde plötzlich klar, dass der Dämon nur mit ihm spielte. Wenn er gewollt hätte, hätte er ihn längst erledigen können. Raven wehrte einen weiteren, nur halbwegs ernst gemeinten Schlag des Dämons ab und schleuderte die Waffe im hohen Bogen von sich. Auf dem Gesicht des Schattenreiters mischte sich Verblüffung mit Spott. »Du gibst auf?« Raven lächelte wortlos. Der Schattenreiter schwang seine Waffe und trat einen halben Schritt auf Raven zu. Ravens Fuß schwang hoch und prellte ihm die Waffe aus der Hand. Der Dämon umklammerte seine gelähmte Hand und torkelte zurück. Aber Raven ließ ihm keine Chance. Er stieß einen Kampfschrei aus und schnellte auf den Dämon zu. Der Schattenreiter riss in einer instinktiven Bewegung die Arme vors Gesicht. Der Tritt durchbrach seine Deckung so mühelos, als wäre sie gar nicht vorhanden und ließ ihn zusammenbrechen. Raven krachte auf den Boden, kam mit einer Rolle wieder auf die Füße und drang erneut auf den Schattenreiter ein. Sein Fuß zuckte vor und schleuderte den Dämon durch den Raum. »Wo ist sie?« »Wo ist Janice?« Die Bewegungen des Schattenreiters hatten ihre frühere Eleganz eingebüßt, als er diesmal auf die Füße kam. Raven sah die Bewegung einen Sekundenbruchteil zu spät. Die Hände des Schattenreiters schossen vor, legten sich um seinen Hals und drückten zu. Raven brüllte vor Schmerz auf und versuchte verzweifelt, den Griff zu sprengen. Ein betäubender Schmerz zuckte durch seinen Kopf. Ravens Hand schnellte in einem letzten Schlag empor. Sein Handballen traf den Schädel des Giganten mit aller Kraft. Raven krachte schmerzhaft zu Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf und verlor für Sekunden das Bewusstsein. Als er die Augen wieder öffnete, lag sein Gegner reglos neben ihm. Er bückte sich nach der Waffe des toten Giganten und ging dann auf den Durchgang zu, in dem der Schattenreiter erschienen war. Leises, stimmendem Murmel schlug ihm entgegen, als er durch den Vorhang trat. Durch die geschlossene Tür am Ende des winzigen Korridors fiel flackernder, roter Lichtschein. Raven stürmte los. Ein Fußtritt riss die Tür aus den Angeln. Seine Waffe zuckte in Erwartung eines weiteren Angriffs hoch. Aber der Anblick, der sich ihm bot, ließ ihn erstarren. Der Raum war ein einziges Chaos. Zwei dunkle, reglose Körper kündeten von dem verzweifelten Kampf, der hier stattgefunden hatte. Am anderen Ende der Küche wallte eine riesige schwarze Erscheinung in der Luft. Die weißgekachelte Wand war verschwunden und hatte einem bogenförmigen, schwarzen Durchgang Platz gemacht. Raven erkannte schwarze, feuchtglänzende Felsen, die wie bizarre Raubtierzähne in die Öffnung ragten. Ein dumpfes, flackerndes Leuchten drang aus der Tiefe der Höhle hervor. Er war zu spät gekommen. Vor seinen Augen verschwanden die letzten beiden Schattenreiter in der Öffnung. Zwischen ihnen strampelte eine hilflose Gestalt. Janice. Sie stemmte sich gegen den übermächtigen Griff ihrer Peiniger und wurde davongeschleift. Und dann begann sich das Tor zu schließen. Raven zögerte noch eine Sekunde. Mit einem verzweifelten Satz durchquerte er den Raum und warf sich in das Tor. Sie hörten Raven Teil 3 Die Rache der Schattenreiter von Wolfgang Hohlbein Gelesen von David Nathan Eine Produktion von Löwe Audio 2006 Eine Produktion von Wolfgang Hohlbein 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.